Es ist Sonntag, der 4. März 2012. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Garderholz. Wann kommt eigentlich der Tag, wenn ich das mal auf die Reihe hinkriege, beim ersten Mal das alles korrekt zu sagen? Ihr hört jedenfalls Garderholz Podcast, euren Podcast rund um Online, Offline, Rollenspiele, Gaming News und mehr auf mmoinfos.de, auf iTunes, auf podcast.de und wie sie alle heißen. Und da hört ihr nicht nur mich, sondern auch meine beiden fantastischen Co-Hosts, die auch heute wieder hier den Weg ins virtuelle Studio gefunden haben, nämlich der Mo und der Devo. Hallo. Und wir reden heute mit euch natürlich wieder über fantastische Themen, die wir rausgesucht haben innerhalb der letzten vier Wochen. Und ja, aber bevor wir das tun, da kommt wie immer die obligatorische Frage. Mo, was bedeutet dein Facebook-MMO-Erscheinungsbild ist ein unüberhauptlicher Haufen Scheiße? Das kann nur von dir kommen. Erklär mal bitte. Was habe ich gesagt? Das steht da. Aha, Devo. Ja, dann erklär mal bitte. Was möchtest du damit sagen? Ich weiß nicht mehr, wie so der Satz so entstanden ist, aber ich fand das blöde neue Erscheinungsbild, dass du jetzt auch, was ist das, Chronic? Ja. Oder wie heißt das noch? Das ist, finde ich, einfach beknackt. Wieso hast du das gemacht? Weil es verpflichtend ist. Also ab wann? Ende März oder so? Werden alle Seiten auf diese Chronik umgestellt. Ja, das ist eine Sache, die wir leider so in der Form nicht ändern können. Ach so, das Facebook-Frontpage-Dingens. Hm, genau. So. Ich war gerade auf MMO-Infos.de. Hä, wie? Du hast das Design abgedichtet? Aha. Ich nehme gerade eine falsche Tonspur auf, deswegen müssen wir ganz kurz einen Schnitt machen. Habt ihr denn schon eure Seiten abgedatet auf das tolle neue Design? Niemals. Ja, Mo muss noch. Als Datenschutz-Fanatiker, Mo... Hast du gerade alle rausgeschmissen? Was habe ich rausgeschmissen? Hatte ich gerade einen Disconnect oder wo hast du gerade alle rausgeschmissen? Ich habe keinen rausgeschmissen, da bist du diskonnectet worden. Okay. Soll ich mich vielleicht mal eben das Fensterchen öffnen, dass ich auch sehe, ob ihr auch noch mit mir sprecht. Das ist das, wo ich fragte gerade, ob du deine Seite, deine Facebook-Seite als Datenschutz-Fanatiker auch noch updaten wirst oder nicht. Als Datenschutz-Fanatiker habe ich mehr als einen Facebook-Account. Verstehe. Es gibt einen Facebook-Account, den schreibst du so für hochoffizielle Sachen, wo du dann so Angela Merkel die Hand schüttelst und so die Scherze sind da drauf. Ja, was du ja auch täglich eigentlich quasi tust, nicht wahr? Eigentlich ja. Ja. Ich werde auch immer zu den Beratungsgesprächen eingeladen, zu Datenschutz-Themen. Hm. Ah, da sitzt du dann so mit so diesen Betonköpfen aus der CDU-CSU zusammen, ja? Ja, die sind dann noch gar nicht so schlimm, die FDP, die sind da schlimmer. Kommen wir zu den Themen, was habt ihr gespielt? Ähm, Mo, mit dir rede ich jetzt nicht mehr. Devo, was hast du denn gespielt? Hier steht schon wieder an der... An der Gerät gespielt? Ja, das muss man mir mal kurz erklären. Ich habe gehört, das hat irgendwas mit YouTube zu tun. Aber mehr weiß ich nicht. Ich habe das wieder vergessen, warum ich das geschrieben habe. Das war vor vier Wochen. Das passte gerade gut irgendwo rein. Ich glaube, das ist irgend so ein komisches YouTube-Video. Ja, das gibt es, aber das hat einen tieferen Zusammenhang. Das ist eigentlich der Gerät, der Döner schneidet. Ähm, das war mal bei TV Total. Und da haben die geguckt, ob der normale Dönermann das besser oder mehr in der Zeit schafft oder das Gerät. Und dann war, glaube ich, ein ganz paar Millisekunden oder so da relativ knapp. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war, glaube ich, der Dönermann etwas schneller. Aber das Gerät war auch fast genauso schnell. Und dann hat er aber gesagt, dass der Gerät aber nie schlafen muss und nie müde wird. Also wir reden jetzt über Geschwindigkeiten von der Gerät. Das ist, äh, ja. Egal, darum ging es aber nicht. Das hatte einen tieferen Zusammenhang. Ja. Und der war? Ja, genau. Es ist immer gut, wenn wir Notizen schreiben und dann vergessen, was die bedeuten. Vielleicht möchtest du sie dann in Zukunft etwas ausführlicher halten. Was hast denn du gespielt, war die Frage. Ähm, ich hab ein bisschen EVE gespielt und StarCraft und Drakensang. Wir haben ja... Drakensang? Drakensang. Drakensang. Online oder Offline? Online. Erzähl. Das interessiert mich. Weil ich bin ja, ich hab die Offline-Titel gespielt und ich fand eigentlich, dass das sehr, ähm, solide Titel waren, die sich auch gut Mühe gegeben haben, die Lizenz, die dahinter steckt, nicht, also halbwegs gescheit für ein Computerspiel umzusetzen und ich hab mich gut unterhalten gefühlt und ich find's halt schade, dass dieser tolle deutsche Entwickler, dessen Namen ich sogar schon mittlerweile vergessen habe, es über Drakensang halt nicht geschafft hat. Es, äh, wie ist denn die Online-Version so? Ja, war ganz nett. Ich hab das jetzt noch nicht so lange gespielt. Ich bin jetzt bis Level 11, glaub ich, gekommen. Also von meinem Charakter. Das war eigentlich so, dass ich erst ein bisschen im Diablo-Forum unterwegs war. Und nachher einfach mal geguckt hab, was es für Warte-Alternativen gibt an, äh, Free-to-Play-Diablo-Klonen. Und, äh, da gab's auch auf einer Seite, die müsst ihr nochmal raussuchen, können wir das verlinken. Da gibt's ein Video, da werden irgendwie alle Free-to-Play-Alternativen einmal zusammengefasst, so, dass man so kurz reingucken kann. Da hab ich dann direkt das erste gewählt, das war halt Drakensang Online und hab das mal angespielt. Ähm, ja. Soll ich da jetzt direkt bei, was man gespielt hat? Ja, kann ich, ne? Ja, wir reden ja grad drüber. Ja, okay, ähm, also man fängt ganz normal an. Da gibt's erstmal drei Klassen, wenn man so normal dieses Basispaket hat, äh, also das wirkliche Free-to-Play. Da kann man auch von Anfang an mit Premium einsteigen, da weiß ich jetzt immer noch nicht genau, was da, was man da am Anfang mehr hat. Sah aber nicht so aus, als würd's noch mehr Klassen geben. Hm. Also drei Klassen Magier, Krieger und Waldläufer waren das. Die hießen dann ein bisschen anders hier, Zirkelmagier und so und so Krieger und so. Aber grundsätzlich waren's halt diese drei. Ähm, ist komplett im Browser, also man installiert gar nichts vor. Dafür sieht's aber eigentlich ganz gut aus, hätt ich so eigentlich nicht gedacht. Ja. Also was ich wohl weiß, ist, dass die diese komische, die haben, das ist ja, ach, ich musste mal rausgucken, Entwickler, Publisher und wie das gelaufen ist. Aber ich hab's so ganz dunkel im Hinterkopf, dass die mit irgendwem da zusammen rummachen, die da halt diese High-End, super-duper im Browser funktioniert, auch alles Engine da gebastelt haben und ähm, Drakensank war eigentlich eigentlich so der Titel, die ich immer auf dem Schirm weiß, aber wieder runtergefallen. Deswegen, cool, dass du's gespielt hast. Ja. Ja, auf jeden Fall kannst du auch, äh, du hast eigentlich einen relativ, also ich hab jetzt einen großen Monitor, deswegen hast du ein relativ kleines Fenster im Browser, wo du das Spiel siehst, aber es gibt halt ne Taste für Fullscreen, dann wird auch alles ausgeblendet und du spielst wie ein ganz normales Fullscreen-Spiel. Radom Labs waren's und DTP Entertainment, war der Publisher damals. Ja, ich richtig sehe. Ja. Also. Radom Labs gibt's noch? Nee, eben nicht. Okay. Fürchte ich. Hm. Hm. Grundsätzlich, wie gesagt, das ist halt so ein Diablo-Klon, also die Art, wie du kämpfst und, ähm, mit wieviel Gegnern man es aufnimmt, so ist ziemlich Diablo-artig. Sind halt diese bekannten Free-to-Play-Komponenten drin, ähm, dass man Sachen kaufen kann. Zwar so ne Währung, Andamant. Ähm. 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 Ja, nur ne Zium. Aha. Okay. Zum Beispiel, ähm, kennt man's ja bei Diablo, da stehen so Händler in der Stadt, die verschiedene Waffen und so haben. Mhm. Und, ähm, das ist aber jetzt zumindest in der ersten Stadt nicht ganz so wie bei Diablo gewesen, dass die tausend verschiedenen Gut haben, sondern das ist eher wie bei World of Warcraft, wo die normalen Händler relativ beknackte, weiße Sachen haben, so. Ah, verstehe. Neben dem Händler steht aber noch ein Händler, der handelt mit Artefakten und das sind blaue Waffen. Die muss man aber mit dieser kaufbaren Währung kaufen. Ah ja, also da ist der Downgrade. Gibt's denn auch ein Downgrade so in Sachen Inventarhandhabung oder vielleicht, dass man ein Haus bauen kann oder was da drin ist? Komme ich sofort zu, aber das ist auf jeden Fall, ganz am Anfang reichen natürlich diese normalen Sachen, aber man kann auch ganz normal solche blauen oder bessere Sachen finden und dieses Andermand kann man nicht nur kaufen, sondern man kriegt davon auch was als Questbelohnung und, äh, Gegner droppen das auch. Also, das ist mehr so eine beschleunigende Wirkung, wenn man das kaufen würde. Ah ja. Also wenn du das jetzt Mo verkaufen wolltest als absoluten Free-to-Play-Gegner, könntest du ihn dahingehend beruhigen, dass man sich nicht den, äh, die Spielfähigkeit kaufen kann, sondern höchstens die Geschwindigkeit. Ja, ich denke mal, das ist so ein, das erleichtert das etwas. Ich wäre jetzt natürlich noch nicht bei so Super-High-End-Waffen und kann dann gut sagen, ist das realistisch, dass man diese Währung, also so viel von dieser Währung nur durchs reine Spielen zusammenkriegt, aber es sah eigentlich ganz okay aus. Nur ist das zum Beispiel so, die erste Instanz, zu der ich gekommen bin, dafür hatte ich so ein Siegel, das brauchte ich, damit ich da reingehen kann. Ich war aber alleine und das war eigentlich eine Drei-Spieler-Instanz, dann bin ich reingegangen, hab die ersten Gegner geschafft und bin da rausgegangen und dadurch hat sich das Siegel verbraucht, dann konnte ich da nicht mehr rein. Ich hätte aber für 600 dieser Andermand-Währung ein neues Siegel kaufen können. Wie war das jetzt, wenn wir gerade ein, da reingehen? Multiplayer oder Single oder spielt man zusammen oder wie? Das ist so wie bei Spielen wie World of Warcraft zum Beispiel, du stehst davor, also entweder hast du schon Leute in deiner Freundesliste oder du stehst davor und fragst irgendwelche und kannst die ganz normal in deine Gruppe einladen. Okay. Und dann gibt's auch Instanzen und Bosse und das Übliche? Ja, die erste Instanz, in der ich jetzt war, war kein, ja, das ist dann mehr so mehrere Gegner und ein paar etwas bessere wie Elite, aber das ist ja jetzt, bis Level 11 wird das ja keine High-End-Instanz sein, das ist eigentlich relativ vergleichbar mit anderen Spielen. Sah schon schön aufgemacht aus, also ich hatte ja mal hier, was war's. Was hab ich denn da nochmal getestet, was ich nicht mochte? Das weiß ich nicht. Mo, nimmst du überhaupt auf jetzt, seit du rausgeflogen wirst? Fällt mir grad mal so rein, ich glaube nicht. Oh, warte. Nee, ich glaub nicht. Zur Sicherheit, ähm. Auf jeden Fall war die schön aufgemacht von innen, das sah ja cooler aus. Das sah ja auch relativ ähnlich aus wie zu meinten Diablo 3-Videos, zumindest so Umgebungssachen in Instanzen. Bigpoint ist es. Bigpoint und Bitcomposer Games, die da jetzt dann weiter werkeln, wisst du, wusste ich's doch. Einer der großen Player, in Anführungszeichen. Das ist so ein Name wahrscheinlich, wo der Mo wieder eine Rolle rückwärts macht, wenn er die hört, aber ja. Auf jeden Fall jetzt insgesamt für so einen Abend, wo ich mal so was wie etwas Diablo-artiges spielen wollte, war es eigentlich ganz spaßig so. Ich hab auch relativ schnell danach mit wem anders zusammengespielt und mit mir noch rumgelaufen. Aber zu deiner Frage eben, man hat 21 Inventarplätze und kann für 1600 Andermann sieben neue kaufen, dazukaufen. 1600 ist natürlich wieder diese tolle Zahl, weil ein Paket hat 1500 drin. Ja, ich liebe es. Also 1500 kosten 1,99 Euro. Das hab ich vorher schnell nochmal nachgeguckt. Ja, das heißt also für weitere Taschenplätze muss man quasi 4 Euro ausgeben. Ja, oder halt sich das so zusammensparen. Was? Und ich bezahle einen Euro dafür, um in eine Instanz zu gehen? Guten Morgen, Mo. Wenn du es dir nicht so leisten kannst oder wenn du es halt nicht geschafft hast, mit dem Siegel, was du von deinem Questgeber gekriegt hast, die beim ersten Mal zu schaffen. Okay. Aber ich glaub auch nicht, dass das reicht. Wenn ich mit drei Leuten in der Gruppe in die Instanz gehe, wird das eine Siegel des Typen, der zuerst reingeht, verbraucht oder des Gruppenleiters oder werden alle Siegel verbraucht? Nee, jeder verbraucht so ein Siegel, um reinzukommen. Das ist halt schon wieder so eine Mechanik, wo ich eigentlich schon wieder keinen Bock hab, drüber zu reden, weil die mich grad schwer tierisch aufregt. Aber gut, wie? Ja, ich weiß nicht. Man muss es. Mich hat das jetzt nicht so stark aufgeregt. Man muss das mal im weiteren Spielverlauf sehen. Weil am Anfang dachte ich, diese ganzen Instanzen brauchen alle ein Siegel. Aber das war nur zufällig die erste, wo ich vorstand. Die nächsten drei, in denen ich war, brauchten gar kein Siegel und die vierte brauchte wieder eins. Das ist dann, glaub ich, bei so Storyline oder wichtigeren Sachen. Mhm. Nur zumindest in den anderen beiden Instanzen, die kein Siegel brauchten, die hab ich dann ja richtig gespielt. Da musste ich dann auch zweimal rein, weil ich beim ersten Mal noch Quests wieder abgegeben hab aus der Instanz und einen Folgequest gekriegt hab. Das heißt, vielleicht wird ja auch allgemein schon gar nicht ein Siegel reichen, um die Instanz zu spielen. Also, wenn ihr mir folgen könnt. Ja, ich komme mir so ein bisschen erinnert vor an Mythos, was ja auch ein sehr schönes Spiel war. Wollte ich damals ja auch mal let's playen, beziehungsweise let's play togethern. Aber dazu bin ich nicht mehr gekommen, weil es halt eingestellt wurde. Und Mythos war auch so ein Spiel Diabolo Online Multiplayer sozusagen. Genau das Richtige also für dich und mich und beim Warten auf Torchlight halt oder so. Nur leider, das Spiel hat's nicht geschafft. Ich hatte den Eindruck, das ist ja Free-to-Play gewesen, man kam gar nicht in Verlegenheit da irgendwas zu kaufen, was ich ja auf der einen Seite angenehm finde. Auf der anderen Seite schaffen es diese Spiele dann halt nicht. Und das ist halt so schade, weil, ja, das gibt wieder die Botschaft, es muss möglichst, ich wollte es nicht sagen abgezockt, aber möglichst clever den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen zu werden, dafür, dass so Free-to-Play funktioniert. Und ja, zum Thema Finanzieren von Spielen kommen wir gleich noch. Deine abschließende Bewertung des Spiels, würdest du sagen, unsere Hörer hier, Rollenspieler, MMO-Spieler? Da, ich fasse das nochmal kurz zusammen, Sachen, die nicht gesagt sind. Also, die Welt sieht eigentlich ganz nett aus so. Ich habe jetzt nur jetzt so viele verschiedene Gegnerarten gesehen. Es wird dann, ich kann ja nochmal was nachliefern, ich werde bestimmt gleich nochmal reingehen. Ähm, sonst ist es auch in Bezug auf so Identifikationen von magischen Sachen Diablo-artig. Also, ähm, magische Teile, die du findest, die müssen erstmal identifiziert werden. Da hast du dann zwar nicht solche Rollen, sondern so komische Siegel, aber die droppen auch relativ... Stay a while and listen. Genau. Ja. Ähm, die droppen aber auch. Also, ich habe im Moment schon 68 oder so von denen, weil immer mal wieder was dazukommt und so oft finde ich nicht unbedingt was, was identifiziert werden muss. Kannst du dir denn für dein Adamant, Adamant ohne IOM, äh, auch Stadtportal-Rollen kaufen und in die Stadt zurück teleportieren? Also, das fehlte mir jetzt noch auf meiner Liste irgendwie. Ähm, in der Instanz ist manchmal so ein Monolith am Anfang, der sieht so aus, oder das ist sowas wie sonst, äh, vielleicht dieser Gruppenstein. Ja. Und der ist aber in der Instanz. Und wenn man auf den draufklickt, kann man, äh, damit zur Stadt wieder reisen. Ja, das ist cool. Das kostet aber die ganz normale Währung, also das kostet irgendwie 44 Kupfer oder so hat das gekostet. Das hatten sie bei Mythos auch. Bei Mythos war es so, dass wenn du in der Instanz... Ich meine, wir reden jetzt über ein totes Spiel, aber das war eigentlich cool. Wenn du in der Instanz warst, dann konntest du zu diesem Stein am Instanzeingang zurückporten und vom Instanzeingang konntest du wieder zurück in die Stadt porten. Das war also auch ganz gut gelöst, so finde ich. Ähm, wenn ich mich da... Ich meine, wie oft hat man in Diablo zum Beispiel, oder Diablo 2 vielmehr, äh, diese Stadtportale, ne, also exorbitant ja genutzt, vor allen Dingen auch wegen des interessanten Inventar-Managements in Diablo 2 und, äh... Wollte ich gerade sagen, allein schon, wenn du ihn verkaufen musst, sobald du da raus bist. Ja, wenn du da hier so eine Rüstung hattest, die dann mal eben sechs Slots eingenommen hat, das war ja damals so in Diablo 2, was ich übrigens sehr interessant fand und sehr realistisch. Äh... Das ist jetzt aber nicht so, also jedes Item braucht einen Platz, halt. Ja, aber das ist... Ich müsste das mal, ähm, testen, ob ich, wenn ich jetzt eine Instanz nehme, für die ich ein Siegel brauche, ob ich dann, ähm, in der Instanz mit diesem, äh, Stein oder Portal, sag ich mal, zurück in die Stadt reise und dann wieder hin, ob ich dann kein neues Siegel brauche, sondern nur, wenn ich wieder den Haupteingang benutze. Das wüsste ich jetzt nicht. Ne, mit Morrowind, äh, also mit, ähm, The Elder Scrolls, äh, drei, äh, glaube ich. Äh, da haben sie es ja dann über das Gewicht gelöst, also was das Inventar angeht, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu führen, was sich dann auch später dann mehr oder weniger wieder durchgesetzt oder abgesetzt hat. Inventar. Ach ja. Was ich auch noch nicht genau, äh, genau weiß, ist, äh, man kriegt ja verschiedene Talente. Also ich bin jetzt so eine Art, äh, Barbar, dieser Krieger und, äh, am Anfang konnte ich halt einfach nur drauf rumschlagen und dann sind so ein paar Special-Schläge dazugekommen, wie zum Beispiel so ein Rundumschlag und so. Äh, die kann man normal in seiner Zauberleiste da unten anklicken oder man kann einen auch auf die rechte Maustaste und einen auf die linke liegen. Man hat da so zwei kleine Slot-Leisten. Mhm. So, für die beiden hauptverwendeten Sachen. Äh, die sind bis jetzt durch Level-Ups aber immer automatisch dazugekommen, also nicht, dass ich aus einem Baum auswählen konnte, in welche Richtung ich mich entwickeln will. Ja, cater to the casuals halt. Ich meine, das haben jetzt alle, selbst WoW hat das ja, wenn du neu anfängst zu spielen, dann schieben sie dir da die neuen Skills ja auch jetzt automatisch in die Leiste und erklären dir dann halt, ne? Das haben wir jetzt gemacht, damit du weißt, hier, da hast du und kannst du mal, ne? Äh, ja. Muss ich mal gucken, ob, ähm, jetzt nach einer Weile noch sowas wie ein Talentbaum, wo man selber was ausfällt, dazukommt oder ob das gar nicht bei dem Spiel so ist. Ja, das ist halt, äh, so, jetzt du als alter Pen-and-Paper-Spieler, ähm, wie ist denn das Regelwerk umgesetzt? Ist es einfach jetzt nur unter dem Titel Drakensank veröffentlichtes MMO oder ist es ein, wir versuchen ein komplexes Rollenspiel-Regelwerk wie das Schwarze Auge, ähm, in ein MMO zu pressen? Wie kann ich mir das vorstellen? Meinst du jetzt mich damit? Ja. Ich hab einfach mal so getan. Da bin ich grad nicht so wirklich regelkonform, ähm, also, so wie es jetzt am Anfang aussah, war es relativ spaßig so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie besonders viel komplexe Sachen da eingebaut haben. Ja gut, Free-to-Play und komplex, äh, gibt's sowas? Free-to-Play, ein komplexes Free-to-Play-Spiel, was wirklich fordert? Ich weiß nicht, wie viel davon von der Grundeinstellung abhängt, dass ich jetzt in ein Free-to-Play-Spiel reinkomme und weiß, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, aber meiner Meinung nach, äh, merkt man's immer direkt, das ist halt ein Free-to-Play-Spiel. Das ist was ganz anderes, wenn ich jetzt, ähm, mit Diablo 3 neu starten würde und da rauskomme, als wenn ich in dem Ding neu starte. Da ist auch nicht besonders viel am Anfang. Ja, was sagst du denn, was sagst du denn dann Aion und Herr der Ringe und Star Trek-Online-Spielern? Da kannst du nicht sagen, man sieht es auf den ersten Blick, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, weil ich finde, das ist eben nicht der Fall. Alle drei Spiele sind in ihrer Kategorie herausragende Titel, die einst kein Free-to-Play waren, die aber jetzt ein sehr hervorragend funktionierendes Free-to-Play-System haben. Ja, die wollen aber auch nicht mit der Prämisse, ich bin Free-to-Play entwickelt. Ja, gut, da können wir jetzt ja gucken, lieber Mo, was du wahrscheinlich auch mit Spannung erwartest, nämlich das erste große MMO, was Free-to-Play erscheinen wird, direkt von Anfang an. Guild Wars 2! Genau, und da sind wir ja alle gespannt, wie das funktionieren wird. Also ich, ich persönlich weiß jetzt nicht so wirklich, ob du... Du, ich habe schon erste Streams zu Guild Wars 2 gesehen, da war ich erstaunt, dass das schon... Können wir gleich mal... ...reste streamen dürfen. Können wir gleich mal drüber reden? Ja, der Lift ist hoch für die Presse, deswegen, ähm... Also, um das eben abzuschließen, habe ich noch eben, ähm, num, 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 kurz den Rest zu diesen, ähm, äh, zu dieser Adamant-Währung zusammengefasst. Ich habe da so ein paar Sachen, sobald ich da anfange drüber zu reden, habe ich ja schnell irgendwas aufgeschrieben, damit man so einen Preisvergleich hat. Also eben waren das halt diese 1.500 für, nee, 1.600 für die sieben Inventarplätze. Und dann gibt's, äh, für Level 8 gab's blaue Schwerter zum Beispiel, da war der maximale Preis sowas wie 2.200. Also 1.500 kostet 1,99 Euro. Das einzigste, äh, einzige, was ich komisch fand, 30 Minuten, 100% mehr Erfahrung, auf wie viel Andermann tippt ihr sowas? Fläschchen. Das, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. 6.000. What? Also, das erinnert mich irgendwie an All Odds Online mit dieser tollen Kerzenaktion, von der ich ja mal erzählt habe. All Odds Online hat ja auch sehr viele Fans eigentlich, oder es gibt Spieler, die das gerade gerne gespielt haben. Wir haben irgendwann, äh, ich kriege das jetzt nicht mehr auf die Reihe, deswegen erzähle ich jetzt eine frei erfundene Geschichte, die im weitesten Sinne mit zu tun hat. Also, da hat man irgendwann ein Item eingeführt, was man im Shop kaufen kann, und am Ende war es dann so, dass man ohne dieses Item quasi kaum noch irgendwelche Gegner umhauen konnte. Jetzt mal ganz salopp und lapidar gesagt. So in ganz, ganz groben Zügen. Und das Teil kostet dann 2 Euro oder so, und man konnte halt quasi ohne nicht spielen. Da kann man auch gleich eine, kann man auch gleich eine Gebühr einführen. Also, oder, äh, wenn du jetzt mal überschlägst, Devo, die Preise für eine, äh, Grundausstattung, dass du das spielst. Wenn du das so mirst, dann kommst du bestimmt auf 15 bis 20 Euro. Warum stelle ich's dann nicht direkt in den Laden? Na, ich weiß nicht. Ich find das, das kommt immer drauf an, von welcher Seite man das sieht. Wenn man das Spiel so sieht, als wär das Spiel ohne diese, ähm, kaufbaren Sachen normal, dann ist das andere ja ein Zusatz, bei dem mir theoretisch egal sein kann, wie teuer das ist. Darf dann halt nur nicht so sein, dass man irgendwas davon unbedingt braucht. Und selbst dieses Andermand, äh, kann man ja auch durch Gegner kriegen. Ähm, dann wär das nur eine Beschleunigung, wenn man unbedingt mehr Geld ausgeben will, ähm, für die man was kaufen kann. Wenn man's jetzt so sieht, es gehört einfach fest zum Spiel und ist eingeplant, dass ich mir das kaufen muss und ich kauf mir auch meine Waffen oder besorg mir meine Waffen nicht von den Gegnern, sondern über dieses Andermand, dann ist das insgesamt nachher ziemlich teuer. Besonders, wenn ich denke, hier, meine Kollegen haben wir grad angefangen, die sind jetzt Level 20, jetzt hol ich mal auf und hol mir 15 solche Flaschen. Dann bin ich ja schnell mal bei so einem Halbjahres-Abo. Ja, aber dann kommen doch normalerweise die Kollegen und sagen, komm, wir helfen dir, wir ziehen dich durch ein paar Instanzen, helfen dir beim Questen und so weiter. Und in Zukunft soll ich mir das dann bitte für Geld kaufen? Also, ob, also... Also, wenn's nur ne Stunde ist, weißt du, dann würd ich da... Hm... Ey, das ist preislich zu hoch angesiedelt. Oh mein Gott, Catch the Big Fish, wie geil jetzt sein würde. Ja, ja, aber ich hab immer das Gefühl auch... Ich hab immer so ein ungutes Gefühl bei Free-to-Play. Ich weiß nicht, warum. Ich mag das eigentlich, wenn so kleine Spielstudios mit Free-to-Play plus Zusatzboni sich ein bisschen Geld dazu verdienen für vernünftige Entwicklung. Das mag ich durchaus. Aber wenn... Man muss auf der anderen Seite auch wissen, das gibt ja richtige Forschung, wie dringen wir am besten in das Gehirn des Spielers vor und konditionieren, ihnen unsere Scheiße zu kaufen. Wo wirklich hochqualifizierte Menschen dran sitzen, da die Psychologie der Spiele auseinanderzunehmen und das möglichst perfekt darauf zuzuschneiden. Und dann wird es halt dahingehend bedenklich. Und da muss ich jetzt ausnahmsweise mal so Reportagen, wie man sie schon mal in den Privatsendern findet, heranziehen als krasse Referenz vielleicht ein wenig und man möge mich dafür jetzt kritisieren. Aber es gibt halt Leute, die können da irgendwo die Grenze nicht mehr sehen. Aber diese Publisher in dem Fall oder die Entwickler plus Publisher Combo bauen auch keine Sperren ein, dass das eben so nicht passieren kann. Selbstverständlich sind die Szenen, die man in diesen tollen Reportagen sieht, alle gestellt und getürkt und vollkommen übertrieben. Aber ich glaube schon, dass es Spieler gibt, die einfach nicht mehr wissen, wo höre ich auf? Und ich kann vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung kurz erzählen. Ich hatte auf dem iPad 2, als ich das neu hatte, mir gedacht, ich teste auch mal so ein Free-to-Play, so eine Art Farmville-Klon war das. Und wo man halt so eine, ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, man baut sich da auch so eine kleine Siedlung auf und hat da Leute, die Handwerk machen und Sachen produzieren. Und dann geht das halt so, dass du, wenn du bestimmte Teile haben wolltest, musstest du halt Sterntaler kaufen. Ich nenne die mal Sterntaler, ja? Und mit den Sterntalern stellst du dann Brunnen dahin und da kriegen deine Leute, können dann 5% schneller produzieren oder produzieren 5% mehr Kuchen oder irgendwie sowas. Das geht so schnell, dass du mal eben sagst, ach komm, hier ein Euro und da nochmal zwei. Ich habe mich selbst in der Tat dabei erwischt. Gott sei Dank spiele ich das Spiel nicht mehr. Ich wäre jetzt vielleicht nicht süchtig davon geworden oder so, wie es vielleicht anderen Menschen gehen könnte. Aber der Schritt, der ist so unglaublich klein. Gerade auf Mobilgeräten, wo du eh nur über iTunes Store oder so einmal klicken musst und es ist gekauft halt. Ich weiß nicht. Ich habe da immer ein sehr, sehr schlechtes Gefühl bei, bei diesen ganzen Geschichten. Vor allem, weil es kostenlos ist und sich dann in erster Linie an Heranwachsende richtet, die vielleicht noch nicht den hohen Grad der Orientierung haben wie wir. Vor allem wird es da ein bisschen blöd. Ich habe ja vor einer Weile auch mal Saga getestet, was dieses Kartgame war, wo du dann nochmal auch kämpfen konntest und da sammelst du dir ja auch deine Karten, die du einsetzen kannst zusammen und da war das ja auch mit diesen Itemshop-Sachen. Und da kommt man ja relativ einfach oder bequem bezahlen, indem man eben eine SMS schickt, die zwei Euro kostet und dann auch instant das wieder gut geschrieben hatte, was man da haben wollte. Da könnte man relativ schnell den Überblick verlieren, wie oft man das jetzt schon gemacht hat. Weil du mal eben beim Zocken sagst, ja, dann nehme ich noch die Karte, ach, da fehlt ja nur noch 100. Ist das nicht in gewisser Weise auch die neue Form der Yu-Gi-Oh! Fußball-Kicker-Superstar-Magic-Karten? Booster-Sets? Ja, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich noch davon verschont worden, weil ihr die ältere Generation seid, aber heute wird ja auf den Schulhöfen neben Gras, Kippen und Drogen unter anderem auch noch mit Yu-Gi-Oh! Karten und so einem Scheiß da rumgedealt. Ich glaube, das ist schon wieder... Ich werde nicht gedealt, die werden verprüht und abgezogen. Aber meinst du, das ist gerade aktuell? Sind wir dann auch schon wieder raus? Ja, da gibt es jetzt vielleicht dann die Wrestling-Karten oder was der Geier, was es da gibt. Das ist ja noch älter. Was? Ja, ich bin auch alt. Was weiß ich, was es da heute gibt? Vielleicht tauschen die auch jetzt heute wieder Barbie-Booten aus oder keine Ahnung. Aber wieder zurück zu Drogen gegangen. Meinst du? Ja. Ja, ja. Ja, gut. Warum auch nicht, ne? Kostet nicht so viel. Macht auch mehr Spaß. Bitte. Wir haben auch junge Zuhörer und da möchte ich nochmal kurz erwähnen. Ich hatte das ja auch auf unserem Minecraft-Server spielen ja auch jüngere Menschen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und ich sagte dann so, kennt ihr eigentlich unser Podcast auch? Blablabla. Und dann meinten so ein paar von den etwas kleineren, ne, haben wir noch nie gehört, haben den angehört. Und drei Minuten später stand dann sofort im Minecraft-Chat, hihihi, Kamelhoden, hihihi. Was? Ja, ja. Also immer aufpassen, was man hier sagt. So. Wir waren davon abgekommen, Free-to-Play zu geißeln, glaube ich. Und ich glaube, der Mo, der möchte dazu noch so einiges sagen, oder? Naja, Free-to-Play stinkt. Stimmt schon. Das Problem ist halt, wenn ein Spiel mit der Prämisse, Free-to-Play zu sein, entwickelt wird. Das mag ich dann immer nicht, weil dann kommt sowas bei raus, wie mit dieser Kerzenaktion. Ja. Und so Sachen, die, dass du ab einem bestimmten Grad das Spiel so beschneidest, dass es nicht mehr spielbar ist, ohne dass du investierst. Und das gibt es ja, zum Beispiel Tiny Tower habe ich ja mal vorgewarnt, das zu spielen. Das kann man auch ganz normal so spielen, nur ab einem bestimmten Stockwerk von seinem Turm ist man halt mal eben drei Wochen damit beschäftigt, darauf zu warten, dass seine Bauarbeiter mal die nächste Etage fertigstellen. Und, äh, ja, darauf zielt diese, diese Geschäftsidee offenbar ab. So. Abschließendes Urteil zu Drackensank Online, MMO-Gerät, Free-to-Play, Debo, was sagst du? Ähm, für ein Kompletturteil, um die gesamte Qualität oder den Tiefgang einzuschätzen, ist es halt noch zu wenig, aber es war, also der Abend, den ich es gespielt habe, war ganz spaßig. Ich gucke da auch gleich nochmal rein. Also zumindest, wenn man es jetzt als Wartezeit nimmt, ähm, oder zwischendurch verspielt, war es eigentlich ganz gut. Gut, also... Darf ich noch fragen, warum kein StarCraft mehr? Wie? Ich habe StarCraft auch gespielt, aber, ähm, ich bin da ein bisschen aus der Liga gekommen und muss mich zum dritten Mal wieder neu hocharbeiten. Letzte Zeit, wenn ich ein paar Pausen dazwischen hatte, war ja auch jetzt relativ oft, ähm, ja, neue Saison hat angefangen, neue Saison hat angefangen und man steht wieder auf Null. Das ist im Moment so zwischendurch. Okay. Kommen wir zu Mo. Und bei Mo steht in den Notizen mal wieder was, was ich nicht verstehe. Da steht, Eve Core Fitting Elite. Und Skyrim. Ja. Ich habe mein, äh, Zertifikat, äh, Core Fitting Elite fertig. Yay. Ach, das Zertifikat. Ja, ich habe übrigens, äh, Tycoon 5, äh, nee, nicht Tycoon, aber wie heißt denn das? Du musst jetzt mal auch EP machen, wenn du jetzt deinen Tycoon raushaust. Ich habe jetzt auf dem, auf meinem Handelschar habe ich jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich wirklich komplett alle, alle Business- und Handelszertifikate auf 5. Drück den Knopf. Äh. Ja. Du weißt, äh, ich muss wieder Skillen sehen. Ey, warte, da muss ich noch einen nachlegen. Ja. Ich musste ja auch, ähm, in Eve Online kommen, um, ähm, da einen Skill nachzulegen und ich habe in meinem kompletten Gunnery-Ordner keinen, der nicht Level 5 ist. Oh. So. Nice. Also, du hast auf Eve Core Fitting Elite gefittet. Hä? Nein. Der Skill ist jetzt durch, jetzt habe ich das hier. Der Skill ist jetzt durch, jetzt habe ich das hier. Der Skill ist jetzt durch, ja, genau. Der Skill ist jetzt durch, jetzt habe ich das hier. Ja, ja. Äh, jetzt erklär mal bitte dem kleinen Johannes, der immer schon sagt, Eve Online langweilt mich und ihr redet zu viel darüber, bitte in zwei Sätzen, was das bedeutet. Johannes, beruhig dich, wir haben gerade 20 Minuten über was anderes geht und jetzt reden wir die zweite Minute über Eve. Der kleine Johannes. Debo erklärt's, Debo erklärt's. Debo erklärt's. Warte, gerade liefern wir mal einen Hintergrund, aus welcher Spielrichtung der kleine Johannes gerade kommt. Minecraft. Viel Spaß, Debo. Ähm, genau. Also, bei Eve gibt's verschiedene Skills und, ähm, nach einer Weile irgendwann wurde in einem Patch oder Add-on mal, wurden mal so Zertifikate eingeführt. Die, äh, sind dafür da, wenn man zum Beispiel alles, was man, um ein ganz schneller, oder sagen wir mal, um ein Schild-Experte zu sein, braucht man verschiedene Skills, die, ähm, machen, dass das Schild besser auflädt, dass, ähm, das mehr Resistenzen hat und da gibt's verschiedenste Skills, die alleine in diese Schildrichtung gehen. Und diese Zertifikate sagen halt, zum Beispiel ein Beginner-Zertifikat, du hast, ähm, die Hälfte all dieser Schild-Skills auf Level 3, aber bestimmte so. An diesen Zertifikaten sieht man halt immer, das ist, äh, wie so eine Urkunde, wenn man eine bestimmte Fertigkeitsstufe in diesem Bereich erreicht hat. Aber der ist festgelegt, du musst dann genau den Skill auf 5 haben und den musst du auf 4 haben und so und so. Das ist, als wenn du zum Beispiel der Minecraft-Ober-Rüstungsbauer sein willst, du willst die Urkunde haben, dass du der super Rüstungsbauer bist und musst einmal aus jedem Material eine Rüstung gebaut haben. Aber man darf das nicht verwechseln mit Achievements, das klingt jetzt so ähnlich. Ähm, es gibt zum Beispiel Korps, die sagen, ähm, wenn sie neue Spiele aufnehmen, wir sind jetzt eine, keine Ahnung, wir machen, äh, wir sind ein Bergbau-Korb. Und wir setzen voraus, dass du die folgenden Zertifikate hast und uns zeigen kannst. Man kann die dann in seinem, in seinem, äh, Avatar, in seiner, in seiner Übersicht, seiner Charakterübersicht kann man anklicken, welche Zertifikate anderen, für andere Spieler sichtbar sind und die besagen, weil man die halt nur bekommt, wenn man das entsprechende Skill hat, halt letztendlich, okay, ich kann in diese Bergbau-Korb gehen, weil ich habe zum Beispiel dieses und jenes Zertifikat, was mir ermöglicht, alle Materialien mit dem und dem Level, mit dem und dem Wirkungsgrad zu umzuwandeln, abzubauen, weiterzufahren. Und das ist eigentlich sehr praktisch. Ansonsten musste man früher immer dem, dem Corp-Master, dem Corp-CEO, äh, dann halt seinen ganzen Skillbaum schicken oder am besten noch den API-Key hinterher. War halt nicht so toll. Ja, und wir haben jetzt alle ganz große, äh, äh, hier, weil wir in verschiedenen Bereichen halt uns spezialisiert haben und die höchsten Zertifikate in der Richtung dann auch erworben haben und nur um das mal einzuordnen, für das Handeln habe ich ungefähr ein Dreivierteljahr komplett nur das geskillt. Nichts anderes. Und, äh, ja, das ist halt die V-Online. Das ist halt, ja. Skyrim, Mo, du hast das ja... Und man kann auch leuten schön, also man kann auch vermeiden, angegriffen zu werden, wenn man denn so sein, sein Defense-Elite-Zertifikat öffentlich macht und dann, ähm, der hat Defense-Elite. Scheiße, die greife ich nicht an, da schließe ich eine halbe Stunde drauf rum. Für die Minecrafter, das ist ungefähr so, als würdet ihr euch in 10 Schichten Obsidian verstecken, ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn man das Zertifikat dann hinhält und sagt, hey, versuch's mal, ich geh mal einen Kaffee trinken, ne? Äh, Skyrim hast du hier noch stehen, Mo. Was ist denn in Skyrim alles passiert? Du hast ja beim letzten Mal erzählt, du hast da einen auf... Hätte ich jetzt zugehört. Auf, auf, äh, was war's denn? Rumschleicher gemacht? Ja. Ja, hab ich doch richtig zugehört. Sehr gut. Nee, warte mal, das war ich letztens schon erzählt, dass ich meinen Wood-Elf nicht mehr weitergemacht hab und... Den Holz-Elfen, genau. Stimmt. Ich hatte... Den Holz-Elfen. Ich hatte einen Khajiit angefangen, den Khajiit aufgehört und einen Holz-Elf weitergemacht. Du hast mit Ranschid aufgehört und hast einen Holz-Elfen gemacht dann? Ja, einen Khajiit. Diese, 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 diese Katzenrasse. Grausam. Naja. Und, ähm, der Holz-Elf wurde dann auch langweilig. Also, das fand ich... Weiß ich nicht, warum der langweilig wurde. Auf jeden Fall hab ich dann auf einen Bretonen gewechselt mit, äh, Schild und Axt. Das fand ich lustiger. Und das Spiel macht dir nach wie vor richtig Spaß. Hast du auch Mods? Ja, macht Spaß. Hast du auch Mods? Ja, ich hab auch Mods. Ja, was hast du denn so genommen bis jetzt? Äh, Sky UI, weil das normale UI, damit komm ich gar nicht klar. Okay, was ändert das? Ähm, das macht das Interface auf dem PC ein wenig ertragbarer. Nette. Das ist jetzt auch wieder sehr dehnbar, was du da gesagt hast. Kannst du das mal spezifizieren, bitte? Es ist, es, ähm, macht das UI, also dieses, ähm, Inventarbaum, ähm, wesentlich übersichtlicher, haut eine Suchfunktion rein, haut, äh, Sortierungsmöglichkeiten nach, ähm, Gewicht und Wert. Und es rechnet dir auch aus, ähm, Wert je Gewicht. Dann kannst du auch schön sortieren, dass es, also, du merkst dann, dass es nicht mehr für ein Konsolenspiel Design-Fluid das Interface ist, es ist dann schon ein PC-Spiel-Interface. Ja. Dann hab ich noch, ähm... Gibt's auch Leistungsgewicht? So DPS pro Kilogramm und so? Nee, gibt's nicht. Das gibt's nicht. Könnte man aber reinhacken, weil es ist ja, also das fand ich auch cool, das wusste ich gar nicht, dass das, ähm, UI von Skyrim komplett Flash-basierend ist. Da kannst du dir Dreamweave hernehmen und das UI neu basteln. Das ist nicht Lua? Nee. Ja. Aber, äh, ja, dass die das... Dann hab ich noch nen Mod, das, ähm, ändert die Raytracer, also wie gerendert wird. Äh, ja. Wie sie das genau gemacht haben, hat mich auch ein bisschen verwundert, aber es ist merklich, dass es, äh, schneller ist. War ich erstaunt. Hast du dann auch ein anderes Texturpack dann drin? Also, äh, HD-Texturen oder Extended Pro, Ultra... Nee, ich hab die Wassertexturen geändert, weil die haben mich auch ein wenig angestunken, aber das war's dann auch. Ja, aber ich find's schön, dass du in einem Rollenspiel dich, äh, dann doch mal so ein bisschen verlierst, abseits von... Ja, aber also, lieber wäre mir gewesen, wenn ich hätte Respecken können, weißt du, so, äh, hier schleichen langweilig einmal Respecken. Mhm. Und so musste ich halt neuen Char anfangen. Ja, aber du möchtest doch immer so gerne von Spielen gefickt werden. Mhm. Ja. Ja, wobei, das hatte ich nur bei, ähm... Genau, bei dem... Dark Souls, der Vorgang von Dark Souls. Demon's Souls. Demon's Souls. Mhm. Das fand ich sehr toll. Ich erinnere mich lebhaft. Überhaupt erinnere mich lebhaft an genau die Spiele, die aus der Rolle fallen, ähm, äh, was das angeht. Also entweder, weil die zu schwer sind, oder weil die halt so wie Amnesia zum Beispiel so unglaublich gruselig sind. Und dann erzählt man Leuten, naja, hier, das ist so ein Indie-Entwickler, die haben so ein kleines Spiel gemacht, spiel das mal, und dann kriegst du meistens, nee, keinen Bock, ich will nichts anderes spielen. Ähm, und dann zeigst du denen das. Da musst du lügen, einfach, einfach Hardcore-Lügen. Ja, nein, ja, äh, da gibt's im dritten Level eine halbnackte Frau, die rumspringt. Und dann zeigst du denen... Auf Kamelhoden. Die springt auf Kamelhoden rum. Ja, ja, dann musst du ja irgendwas haben, was die Leute zieht, was du so, oh ja, das muss ich unbedingt sehen, geil, geil. Und dann zeigst du denen das 10 Minuten und lässt das selber spielen oder so, und dann, boah, das ist ja hammer, hammer cool. Ich erinnere mich da an meinen lieben, geschätzten Cousin, der hier, äh, kurzzeitig mal zu Besuch war und eigentlich mit Konsolen und PC und hast du nicht gesehen, eigentlich so recht wenig am Hut hat. Aber seine Frau, frisch verheiratet, hat dann darauf bestanden, dass eine Playstation ins Haus kommt. Und... What? Keine wie? Was hast du für eine Frau? Jaja, die ist Hardcore, die Frau. Cool. Und, ähm, ja, die hat dann halt hier, äh, hat dann bei mir, äh, hier Drake gefunden und so, ne, bla bla bla, also hier diese, richtig auch diese Premium-Titel, also nicht hier meine kleine Haustierfarm und so. Und... Mit Frauen hab ich auch noch was, hm. Und du hast mit Frauen auch was? Erzähl. Zu dem Thema. Ja. Ähm, ich war in der zweiten Instanz in Drackensanken und ab da war ich in einer Gruppe, ne? Dann ist der einer, der war zwei Level über mir, sonst ist er rumgelaufen. Und dann haben wir uns die Sachen angeguckt, hatte irgendwie auch mit Haxa da so angefangen zu spielen. Dann haben wir den Instanz gefunden, wollten da rein. Da hab ich gesagt, hier, hast du eigentlich, ähm, Ventrilo, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit schreiben, ne? Kann mir so da reingehen. Dann, ähm, kommt aber zurück, ach, ich schreibe gern. Da dachte ich schon, hm, irgendwas ist doch hier faul. Ja, und hat sich auch rausgestellt, dass der weibliche Charakter wirklich eine Frau war. Ja, aber Debo, äh, dazu könntest du vielleicht deine Geschichte einwerfen, äh, was dir neulich bei uns im Heimatsystem passiert ist. Möchtest du den Chat mal vorlesen? Neulich. Das war was mit Blaster, ne? Ich kann mich gerade erinnern, ne? Ja, Blaster aufs Ziel ausgerichtet. Äh, ich wollte weitererzählen. Jedenfalls, ähm, ja, Cousin zu Besuch. Ey, das, äh, warte mal, das darfst du aber nicht so stehen lassen. Das wird alles, ähm, ähm... Auf beider Seiten ein Verständnis. Nein, das wird alles, äh, induziert durch den Namen dieses Charakters. Der hieß... Stimmt. Ja, sagen wir mal... Der hat da auch so einen krassen Namen. Der hieß ja, sagen wir mal, unser, ähm, System heißt ja jetzt Asautat zum Beispiel. Und, ähm... Nehmen wir mal als Beispiel Asautat. Und dann heißt der Charakter sowas wie, äh, geile Asautat-Schlampe. So war das ja. Und passend zum Namen hab ich ihn dann halt angeschrieben. Jetzt musst du natürlich auch noch erklären, warum, wenn jemand so heißt, du den dann anschreibst. Devo, das erklär uns jetzt allen mal. Weil in der Bio noch was Lustiges stand. Echt? Genau. Und das war deutscher. Das war auch schon selten. Und das alles zusammen musste ich dann, äh, mal gucken, was das da soll. Wobei du nicht weißt, dass nicht am anderen Ende ein 70-jähriger alter Opa saß, der sich daran aufgegalt hat, dass du mit dem rumgespielt hast. Das war ein... Ja, das war keine Frau. Ähm, Moment mal. Ich hab, ich hab, ich hab, das tut, ihr tut jetzt so, als hätte ich da voll den komischen Chat mitgeführt. Ja, hast du ja auch. Nein, ich hab einfach passend zum Namen, passend zum Namen den passenden Kommentar rübergeschrieben. Einen? Wir haben die Stunden lang gechattet. Das waren fünf Minuten. Ja, das kann ja schon gereicht haben, je nach Alter. So, ähm... Aber wie realistisch ist das, dass irgendwelche vier Milliarden Kopfgeldpiloten in ihrer, ähm, Hurricane mit 70 Jahren in Asortar rumfliegen? Jedenfalls, dann war der Cousin bei mir zu Besuch. Und, ähm, ich hatte dann zufällig gerade Portal 2 da liegen. Sie kannte das, er nicht. So, ich so, pass auf. Zeig ich dir, wie das funktioniert. Dann hab ich mich mit ihm da hingesetzt. Das konnte man ja, kann man ja wunderbar zu zweit spielen auf der Playstation. Und Playstation ist ja auch so, dass man da nicht groß was lernen muss, um das zu bedienen. Und hab ihm dann erklärt, so, guck mal hier, Rätsel. Jetzt machen wir mal das erste Rätsel. Jetzt das zweite, jetzt das dritte. Und dann, äh... Wenn wir zu Hause sind, so zu seiner alten da, äh, zu seiner lieben Frau. Wenn wir zu Hause sind, müssen wir das Spiel kaufen, da spielen wir. Und zack, seitdem zockt er jetzt auf Playstation. Ja, über Portal. Finde ich gut. Ja, Portal war auch echt geil. Ja, aber es ist auch kein Überraschungstitel, äh, finde ich. Das war vollkommen klar. Genauso wie, äh, sagen wir mal, Half-Life 3 wird ein Erfolg. Das ist halt Valve. Und, äh, genauso wie Blizzard. Ich meine, du kannst Blizzard-Spiele viel kritisieren. Aber es sind immer Titel, die, wenn sie dir, wenn du zum Beispiel auf Strategie Starcraft 2, weißt du, du machst keinen Fehlkauf. Also ich hoffe ja noch, dass seitdem Activision und Blizzard zusammen sind, äh, Diablo 3 jetzt richtig auf die Fresse fällt. Da hab ich noch so, 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 so einen geheimen Arschloch-Hoffnung im Hinterkopf. Der Punkt ist, das ist immer noch Blizzard. Äh, du kannst Activision für ihr 35-milliardens-tes, äh, Gitter-Hero hassen oder für, äh, Bobic, ich bin der Fettsack der Nation, äh, Kotick. Kannst du. Aber Blizzard ist doch noch sehr eigenständig, auch wenn es das gleiche Label ist, finde ich. So hab ich zumindest immer wieder den Eindruck. Ja, aber ich hab den Eindruck, dass, äh, bei Activision Blizzard, Activision mehr Kohle macht als Blizzard. Ja, dann lass dir doch. Deswegen dürfen die wahrscheinlich demnächst auch mehr sagen als, äh, die Blizzard-Leute. Das ist, äh, ja gut, du, du spielst es auf Modern Warfare an. Aber, ja. Ja, das ist aber, das ist aber, äh, was wäre denn gewesen, wenn Blizzard jetzt bei Vivendi geblieben wäre? Ja, wären sie schlecht geworden? Glaube ich nicht. Ja, aber hätten sie sich... Also, was ich jetzt sehe, dass was passieren kann, ist, oh, Activision hatte letzte Jahre eine Rendite von 12% alle Jahre und jetzt habt ihr euch mit Dings zusammengetan. Lasst doch mal euch die Berater von Activision holen, die sind doch viel erfolgreich. Ah, ah. Und dann hast du im Kreativprozess Activision-Leute drinne. Und das will ich nicht. Das kommt aber drauf an, ähm, unter welcher Voraussetzung die das gekauft haben oder sich zusammengeschlossen haben. Manchmal haben, äh, ja, irgendwelche großen Massenprodukte, was aber eine Riesenfirma ist, kaufen sich was anderes dazu, äh, als Premium-Produkt. Und das lassen die auch so, wie es ist, einfach um den Bereich auch abzudecken. Was ja auch interessant war, wie EA hat doch jetzt auch so eine Klitsche gekauft für, äh, für Browser-Games, ne? Ja, Riese-Übernahme, was war denn das? Weiß ich nicht mehr. Das ist auch so ein Ding. Da würde man nie sagen, EA steht für Browser-Games. Aber sie haben das Ding gekauft. Ich bin auch sicher... Die wollen halt auf die zukünftigen Mobile-Devices rauf. Weil du weißt ja, Konsolen sterben ja. Ja, hat man ja beschlossen hier im Podcast. Ja, Konsolen sterben. Und die wollen halt, ähm, auf, ähm, diese Mobile-Geschichten rauf. Ja. Also ich kann nicht verstehen, warum sie das gemacht haben. Ja, aber jetzt, äh, wo hab ich das gehört? Das fand ich einen guten Einwand. Äh, äh, die haben dafür zwei Milliarden hingeblättert, sagen wir jetzt mal. Ja, sagen wir mal, scheiße. Sagen wir mal, die haben damit jetzt mit zwei Milliarden hier irgendwie Big Point übernommen. Aber keine Ahnung, wer das war. Ähm, was wäre denn, wenn sie stattdessen diese zwei Milliarden in kleine Kuchenstücke aufgeteilt hätten? Hätten sich irgendwie 500 kleine Indie-Buden geholt. Und hätten jeder von dieser Indie-Bude eine Million in die Hand gedrückt und gesagt, so, setzt euch zwei Jahre in den Keller und macht was. Nee, Indie-Buden funktionieren anders. Die fallen irgendwann zusammen oder werden eine große Firma. Wenn sie zusammenfallen, engagierst du die Leute. Wenn sie eine große Firma sind, dann, äh, ist Konkurrenz und kaufst sie auf. Indie-Bude selber ist an sich noch uninteressant für den Markt. Für den Markt selber, ja. Ich rede jetzt aus Kundenperspektive. Ja, aber glaubst du, dass eine Firma die Kundenperspektive beachtet? Nein, ich meine, wenn EA 35 Milliarden Indie-Buden fördert, dass aus diesen 35 Milliarden Indie-Buden mindestens 200 verdammt gute Spiele rauswerden können, wenn man denen einfach nur eine Million aufs Konto tut. Dann hättest du ein schönes Rauschen im App-Store. Ja, dann hab ich ein Rauschen. Aber dann fliegen vielleicht die ganzen scheiß Free-to-Play-Sachen raus und werden durch Sachen ersetzt, in den Charts zumindest, wo ich genau weiß, so Indie-Bude A, B, C, D und E, machen gute Produkte und bringen in zwei Jahren Sequel dazu raus. Genau, das ist nämlich das Problem mit Rauschen. Also, wenn du Rauschen hast, funktioniert Qualität nur noch über Marketing. Kann man. Weil dann hast du einfach keine Qualität, weil du zu viel Rauschen hast. Und wenn dir dann jemand sagt, den du kennst, also mmoinfos.de sagt dann, ja, die sind total geil, weil wir von denen total viel Kohle rübergeschoben kriegen. Ja. Und so hast du dann das Rauschen eliminiert für den Kunde. Also, so kann der Kunde für sich das Rauschen eliminieren. Was aber nicht funktioniert, weil er dann sehr im Marketing anfällig ist. So Spiele wie Amnesia zum Beispiel oder seinerzeit von CD Projekt hier, na wie hieß es noch gleich. Kann funktionieren, wenn es nicht im Rauschen untergeht. Ja. Aber in dem Moment, wo der Indie-Bude das Geld geben, sind hier ja keine Indie-Bude mehr. Weiß ich nicht. Geht alles eh gar nicht. Wieso? Also, wenn sie denen nur ein Büro finanzieren für die nächsten zwei Jahre. Ja, guck mal zum Beispiel, nehmen wir mal ein. Ja, genau. Wir sind, dann kommst du bei denen vorbei, weil du dich da zum Beispiel bewirbst und der Chef sagt so, ja, wir sind hier total unabhängig. Wir sind in die Welt. Nein, 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 nein. Und dann gehst du rein und an jedem Sitz und Stuhl und Kissen und Kaffeebecher ist so ein EA-Eigentum von EA-Aufkleber. Ja, dann stell dir vor, EA kauft sich Downtown New York ein Haus und sagt, ja, hier, da könnt ihr gerne einziehen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nur zeigen, dass ihr, ihr müsst diese XML-Datei einmal erklären, was da drinnen steht. Das ist dann ein Eintritts-Dings. Du musst halt verifizieren, dass du, also, du stellst dir jetzt Bürofläche zur Verfügung, kaufst dir ein Bürohaus und sagst, ja, hier kommt rein, könnt rein, wenn ihr wollt. Du musst aber irgendwie so ein kleines Einstiegskriterium haben, damit da nicht sämtliche Assis einkommen. Deswegen machst du halt irgendeinen doofen Einstiegs-Test. Ja, aber die müssen doch irgendeinen Sinn haben, wie das, was dabei rauskommt bei denen, will ja EA dann haben oder Activision oder irgendwer. Nee, die wollen rauschen und produzieren. Nö, die wollen das publishen. Wow. Stell dir mal vor, EA kommt und sagt, Herr Gardehoff für Cardone, wir geben dir jetzt eine Million, kündige deinen Job, stell ein Team auf, mach das Ding fertig, das wird gut. Bei EA würde ich natürlich sagen, will ich nicht, aber nehmen wir mal an, Deep Silver kommt vorbei. Nein, Ubisoft, bitte. Hast du da, nee, nicht Firma AGB und Server Zwangs-Offline spielen. Nein, 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 nein. Ja, die haben was versucht, das hat nicht geklappt. Ja, also Deep Silver kommt an oder Koch Media und sagen hier, ja, das sieht gut aus, na, hier, guck mal, dass du das fertig kriegst. Dann würden die sagen, ja, wir finanzieren dir das und dann machen wir mal selber und wir verkaufen das dann irgendwann. Aha, also wollen sie es doch haben. Ja, ich frage mich, wie das funktionieren soll, gerade eine tolle Idee mit dem, wir geben den Budengeld, aber... Ja, wenn, dann müssten die doch sowas machen wie, ja, hier, wir schreiben mal tausend Indie-Buden an, wir setzen jetzt einfach den EA-Nobelpreis aus, dotiert vier Millionen. Eine Challenge, genau. Wer das Beste gibt, ne, gibt das Beste. Aber guck mal, zum Beispiel, Deutschland sucht das Superspiel, würde ja genauso funktionieren. Äh, da sitzt dann ein Dieter Garderole in der Jury, ist Head of Jury und bevor du an diesem Wettbewerb teilnimmst... Das solltest du jetzt nicht weitererzählen, das machen wir einfach. Nein, ja, genau. Bevor du an diesem Wettbewerb teil... Aber wir machen das, ich hab da eine ganz... Wacht ja, leider. Bevor die Idee weg ist, nein, erst ich. Aber... Bitte. Also, wir machen da nämlich eine ganz neue Innovation rein. Nämlich am Anfang sitzt die Jury mit dem Rücken zum Bildschirm und muss nur den Sound hören. Und wir werden von Michael Buffer angekündigt. Oh, warte, ich muss mal irgendwas raussuchen, das musst du dir anhördlich todlachen. Ah, ja? Da musst du mir nur mal den Link... Ne, warte mal, wie machen wir das denn? Das ist hier... Kennst du Frühstück für Stefanie? Ja. Euch. Da gab's doch hier so... Podcast ist das auch. Genau, da gab's doch das ultimative... Die ultimative TV-Show. Ich glaube, du meinst sowas wie... Walulis, oder? Der tat dort in 123 Sekunden. Ähm... Ne, so schlimm war's nicht. Ne, die ultimative TV-Show war irgendwie, ähm... Der Typ geht raus, muss sich ne Frau suchen und mit ihr eine, ähm... Firma in Burna Ausbau gründen. Dann muss er da vor zwei Wochen im Dschungel schlafen, während das Haus gebaut wird für das Business. Also die haben da so alle diese, diese Casting, Voting, Dschungel-Camp-Shows in Formate, in ein Format gepresst. In einem Topf reingebaut. Fand ich sehr geil. Oh man. Ja, ähm... Wir waren davon abgekommen, was wer gespielt hat. Ähm... So ein bisschen. Aber ich glaube, wir sind damit durch, oder? Nee, wir haben Gala noch nicht sagen lassen, dass Gala nicht gefragt wurde. Ja. Ja, ihr habt mich wie immer nicht gefragt. Oh ja. Schade, tut mir leid. Anscheinend haben wir damit auch nichts falsch gemacht, oder hast du doch was gespielt? Ja, ich hab Minecraft gespielt. Sehr, sehr viel Minecraft hab ich gespielt. Weil, äh... Wir haben ja, ne? Neue Welt aufgemacht. Dann musste jetzt mal wieder alle Bahnanschlüsse angeschlossen werden. Und, äh... Wir haben regelmäßig, machen wir jetzt einmal in der Woche auf unserem Server, machen wir ein Spliff-Turnier mit allen Leuten. Und, äh... Hab ich auch schon erzählt. Und, äh... Das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, weil die letzten 40 Einträge Minecraft-Videos sind auf unserer Seite so. Ja, das Problem ist ja, Minecraft ist das Einzige, was dir sagt, hier, mach doch einfach mit unserem Spiel, was du willst. Und übrigens, Mo, das wird dich jetzt vielleicht aus den Socken hauen. Wir hatten ja letztes Mal über Lizenzen gesprochen. Und, äh... Das, äh... Wie das läuft, wenn ich ein Let's Play von Spiel XY mache und wie das dann ist. Ich muss mich immer brav fragen und so weiter, ne? Rat mal, welcher Publisher... Welchen Publisher es relativ egal ist, was du mit seinen Sachen machst. My Young Productions? Ja, das auch. Und wer noch? Äh, Capcom? Gibt's die noch? Keine Ahnung. Ja, natürlich. Das, also... Ähm... Demo-Stipp ist Capcom? Mo? Ich sag dir überraschen. Überraschen? Ja. Also ich würde mich sehr überraschen, wenn so Nintendo oder sowas so, die richtig auf Kinderschutz setzen. Ja. Sowas machen würden. Also in der Tat ist es so, dass EA sehr ziemlich wurscht ist, was du mit seinen Titeln machst. Ähm... Wohingegen Nintendo, Ubisoft und Capcom und wie sie alle heißen, alle relativ sehr unentspannt sind. Auch hier Bethesda und so. Also die sind sehr... Die haben halt große Rechtsabteilungen. Aber EA? Boah, mach mal. Zieh mal zu. Wenn du magst, mach mal. Ja, aber es gibt, wie gesagt, persönliche Lizenz, ne? Muss man sich selber holen. Es gibt keine allgemeingültige. Und, äh, jederzeit aberinderbar. Das heißt, die können morgen noch sagen, ja, hier komm, weißt du was? Die kassieren mal wieder ein. So. Du hast gesagt, dass dir die Farbe von den Schuhen nicht gefällt. Du fliegst hier raus. Ich glaube... Ich glaube, dass es solchen Unternehmen sehr viel wert sein könnte. Äh, wenn ein, äh, ein Meinungsmedium anerkannt ist. Stell dir mal vor, es gäbe in Deutschland noch eine Spielezeitschrift, der man vertrauen kann. Ja, die wollen aber, die wollen aber was dagegen machen, dass Leute Schwachsinn damit machen. Nein. Dass die so, äh... Ja, klar. Aber stell dir mal vor, es gäbe in Deutschland eine Spielezeitschrift, der man noch trauen könnte. Gibt's ja keine mehr. Sind die alle gekauft. Wissen wir ja. So. Aber es gäbe jetzt wirklich die... Es gäbe jetzt wirklich diese eine Spielezeitschrift, die... Ich dachte, Computerbildspiele wäre toll. Die vollkommen unabhängig ist, die, äh, und wo, wo, äh, 90% der Spieler sagen, wenn die ein Spiel empfehlen, ist das auch wirklich so, wie es beschrieben und bewertet wird, gut. Glaubst du nicht auch, dass Werbeschaltungen in dieser Zeitschrift ungleich höher ausfallen würden und die Meinung den Publishern und Entwicklern deutlich mehr wert ist als in jeder anderen Billo-Zeitschrift? Nein. Weil wenn ich mit einem Satz... Wenn ich in einem Halbsatz... Also ich sag hier... Ach, und übrigens ist Diablo 3 echt ein geiles Spiel. Das ist ein Halbsatz. Ja. Wenn ich mit diesem einem Halbsatz eine halbe Million machen kann und ich mir im Hinterkopf die Ausrede habe, ja, das sollen halt meine Spieler selber spielen und sollen sich eine eigene Meinung bilden. Also wenn du nicht diesen psychologisch-moralischen Druck hast und es dir einfach ausreden kannst, dass du diesen Druck nicht hast, kannst du scheiße schreiben, wie du willst. Nein, nein, nein. Also ich sehe das ein bisschen anders als du. Und zwar, ähm, ich habe eine ganz einfache Philosophie hier immer wieder, auch bei Minecraft, in meinen Glossen, äh, hier im Podcast, in den Videoshows. Ich werde nie, niemals, niemals irgendwas empfehlen, was ich persönlich nicht gut finde. Ja, aber das ist du. Nein. Und ich rede von jemandem. So, und wenn jetzt jemand herkommt und sagt, hier, ähm, der Garda findet dieses und jene scheiße, ich finde es aber nicht scheiße, es ist in Ordnung. Aber wenn jemand sagt, der Garda findet irgendwas gut, dann kann er sicher sein, dass ich auch dahinter stehe und zwar mit meinem, vielleicht sogar für einige Leute, unabhängigen guten Namen. Mag vielleicht sein. Es mag sein, dass es Leute draußen gibt, die sagen, wir hören euren Podcast, wir lesen eure Glosse, äh, wir schauen die Videos, äh, weil wir es so empfinden, dass deine Meinung zu spielen, lieber Garda, lieber Mo, lieber Debo, dass eure Meinung, äh, unsere Meinung sehr gut widerspiegelt, wir fühlen uns da wiedergegeben. Und solange wir dem treu bleiben, dass wir wirklich nur sagen, so, dieser Titel ist scheiße, zum Beispiel bei SW Tor habe ich gesagt, das wird nichts und das wird auch nichts, da bleibe ich auch bei, dann kann ich das jetzt beleidigen, kann sagen, er hat Schrott gemacht, Bio wäre scheiße, etc., kann ich alles machen, stundenlang. Aber, das Entscheidendere ist, ich empfehle es nicht. Ich sage nicht, kauft euch SW Tor. Sage ich nicht. Es mag ein solider Titel sein, aber meine Kaufempfehlung zum Beispiel gibt es nur für Sachen, wo ich auch hinterstehe, wo ich auch wirklich gut finde. Machst du das Gegenteil? Bitte? Machst du das Gegenteil? Sagst du, kauft euch nicht SW Tor? Nein, das tue ich, das, das tue ich nicht, weil ich finde, dass SW Tor sich ja auch an Spieler richtet, zum Beispiel die Fans von Star Wars sind. Die erleben da ihre Geschichten, die haben sicherlich einen Heiden-Gaudi, bis die irgendwann mal am High-Level ankommen und merken, dass es dann letztendlich doch ist wie jedes andere Spiel auch. Aber bis dahin, bis dahin waren die Spieler gut unterhalten, ja, sie haben das erste Spiel gespielt, was voll vertonte Quests hatte, das ist eine Innovation. Sie haben aber auch die ganzen Downsides, die ich aufgezählt habe, nämlich vollkommen belanglose, langweilige Quests mit vollkommen langweiligen Mechaniken, sterile Welten, leblos, keine Tiere, bla bla bla, haben wir alles schon gehabt. In drei Monaten oder vier Monaten, Leute, die damals unseren Podcast gehört haben und sagen, Agada fand das von vornherein schon scheiße und hat das nur niedergeredet, ich habe voll den Spaß, so, reden wir in vier Monaten nochmal wieder, wie viele dieser Leute werden dann vielleicht sagen, ja doch, das eine oder andere hat vielleicht doch gestimmt. Und solange ich sagen kann, ich, das ist meine Meinung und ich stehe dahinter und lasse mich weder kaufen noch beeinflussen noch sonst irgendwas, weil überall gehypt wird, das ist so toll, das ist der Messias am MMO-Himmel, bleibe ich dabei, es ist es eben nicht. Es ist ein ganz simples, normales MMO, wie jedes, jedes andere auch, ja, das nach irgendwo nach WoW oder nach EverQuest gekommen ist und ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen zu sagen, kauft es, es ist das, auf das ich immer gewartet habe, das ist es nicht. So wie sich das gerade wieder oder deine Stimme anhört, wird das sowieso alles darauf hinauslaufen, dass kein Publisher mehr davon ausgeht, dass du das Spiel gut finden wirst, sondern du kriegst dann Geld, ja, kannst du bitte über unser Spiel am wenigsten lästern, so. Oder dann hast du in den großen Zeitschriften, ja, und sogar Garda fand das ganz passabel. Ich will doch auch nicht der Griesgramm sein und das Problem ist ja auch, Mo, das kannst du vielleicht bestätigen oder das ist vielleicht ein Punkt, der vielleicht auch dir im Kopf rumschwirrt, wenn man so Sachen vermarkten will und zum Beispiel unserem Podcast, wenn der für die Hörer angenehm sein soll. Das ist psychologisch erklärbar. Man hört sich nie gerne Leute an, die nur am Nörgeln und am Mosern sind, so wie ich das ab und zu mal tue. Das ist einfach so. Man hört sich nicht Folge für Folge jemanden an, der dauernd nur irgendwas niedermacht. Mache ich ja auch nicht eigentlich, ne? Für uns wäre es natürlich positiver, wenn ich jetzt hier allen Leuten da draußen immer wieder hier diese rosa Wölkchen-Geschichte erzähle mit, ach, das ist so toll und die kleinen Tierchen und alle Quests sind vertont und diese tollen Geräusche beim Kampf und diese... Du weißt doch auch, dass 00 viel mehr Spaß macht als Highsec, wobei du jetzt vielleicht nicht. Doch, ja, macht es, aber es ist für mich nicht das Richtige. Aber davon abgesehen, die Leute, die unseren Podcast dann hören, die würden sich wohler fühlen, die würden sich nicht an uns reiben und es wäre eine tolle, kuschelige kleine Familie, die vielleicht auch... Wir hätten vielleicht sogar mehr Zuhörer. Aber ich will ich nicht. Ich möchte dir einfach meine Meinung sagen. So. Und ihr wollt das letztendlich auch. Wenn Mo sagt, ich finde grundsätzlich Free-to-Play scheiße und es gibt da bestimmt jetzt unter unseren, weiß ich nicht, 15.000 Hörern gibt es bestimmt 4.000, die relativ regelmäßig Free-to-Play spielen. Aber unsere Hörer sind Gott sei Dank... Naja, meine Prämisse für diesen Kram hier ist, dass ich mich mal auf vernünftigem Niveau über so ein Kram unterhalten will mit Leuten, die nicht nur den ganzen Marketing-Sprech nachlabern. Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also wenn wir das anfangen, dann mache ich den Podcast zu und weiß ich nicht. Geh fischen. Ja, weil stell dir vor, die stellen Debo ein neues Auto vor die Tür. Dafür muss Debo nur sagen, dass der neue 3er-BMW total toll ist. Das war doch... Wo war das denn? Das war bei Simpsons, oder? Ja. Da war das doch auch so mit... Der Canyonero, genau. Ich habe sie... Eigentlich wollte ich sie gerade wegschicken, aber wow, ist dieses Auto geräumig. Das muss ich euch wirklich erst mal erzählen. Es ist natürlich, ähm, also, es ist natürlich so, ähm, wenn ich Sachen empfehle, dann muss ich dahinter stehen. Über was sollten wir aber reden, wenn ich so viele Sachen so schlecht finde, aber wir gleichzeitig... Aber guck mal. Ich muss noch kurz was zu dem Thema einwerfen. Ähm, wenn jetzt gerade wer von Audi oder so zuhört, ähm, über eine R8 würde ich jetzt nicht unbedingt schlecht reden, wenn der hier stehen würde. Ja, äh... Ja, aber guck mal. Das Interessante ist ja schon, dass du ja schon auf Marketing reingefallen bist in dem Moment, wo du es dir gekauft hast. Also, interessant wäre, wenn du einfach was hingeschmissen bekommen würdest, dass es randomisiert ausgesucht wurde, es wird dann gerade hingelegt und dann guckt er sich das an. Weil das, was du dir anguckst, willst du ja schon spielen angeblich. Wobei, das würde jetzt eine Unterstellung sein, wenn ich dir sagen würde, dass du Landwirtschaftssimulator spielen würdest. Warte, meine, meine Schriftarten verziehen sich ja alle gerade und es wird alles immer größer. Landwirtschaftssimulator ist zum Beispiel so ein Beispiel. Da habe ich ein paar Videos von gemacht, weil ich genau wusste, dass es ein Spiel, ich finde es irgendwie auf irgendeine Art unterhaltsam. Da sagen Leute, wie kann man so ein Spiel spielen? Und was habe ich gemacht? Ich habe Videos gemacht, habe den Leuten gezeigt, guck mal, das ist eigentlich ganz lustig. Es ist zwar nichts, was man ewig und drei Tage spielen kann, aber ich habe es vorgestellt. Ich habe gesagt, okay, das ist halbwegs gut. Ich habe vielleicht nicht unbedingt gesagt, kauf dich das jetzt alle. Das ist der Messias, wie man immer so schön sagt. Aber ich habe es vorgestellt, weil ich finde, es ist ein solides Spiel. Verglichen mit, was habe ich danach? Den Agrarsimulator habe ich, glaube ich, noch getestet danach, ein Video später. Und da sieht man diesen unglaublichen Unterschied. Das andere ist einfach totaler Schrott. Und das andere ist einfach mal solide gemacht von Leuten, die das schon seit ein paar Jahren machen. Ich komme aus der Landwirtschaft. Die Arbeitsabläufe sind richtig abgebildet. Die haben sogar berechnet, hier, wie lange wächst das und haben das hoch oder runter gerechnet und so weiter. Und dann kann ich das auch empfehlen. Manchmal musst du halt einfach irgendwas testen. Ich habe ja auch gedacht, so scheiße kann Hello Kitty Online nicht sein. Einfach mal testen. Aber doch, es war es. Genau, das kann natürlich auch passieren. Ja, wir sind jetzt ziemlich entgleist. Du siehst das Problem, richtig? Also dadurch, dass du dir die Sachen selber aussuchst, die du dir anguckst, ist das so, wie wenn du Amazon-Bewertungen liest. Also wenn ich mir gerade diese Waschmaschine gekauft habe, schreibe ich natürlich drunter, das ist eine tolle, tolle Waschmaschine. Weil ich ja nicht selber sagen will, dass das Produkt, was ich mir gekauft habe, scheiße ist. Ne, da habe ich aber eine ganz andere Meinung zu. Und gerade bei so Hotelbewertungen. Ja, bei Hotelbewertungen ist Ranten. Ich sag mal, dass 90% der Leute sich, wenn irgendwas gut war, nicht die Mühe machen und das dann nochmal bewerten. Die meisten werden ja eher sich darüber aufregen, wenn sie was schlecht finden und dann das bewerten. Ja, aber ich finde Amazon funktioniert genau umgekehrt. Das, was du meinst, ist Service in Abredestellen. Also das ist hier dieses Ranten über Hotel. Ja, die Butter war weich und war nicht gekühlt. Ja. Das ist Ranten über Sachen, die man eh schon bezahlt hat. Aber die Waschmaschine, die ich mir gekauft habe, wo ich mich hingesetzt habe, wo ich mich drei Monate überlegt habe, was ich haben wollte, jetzt die im Keller stehen habe, die da runter getragen habe, die muss jetzt schön geredet werden. Ich muss jetzt für mich sagen, dass es eine schöne Waschmaschine ist. Ach, du meinst dieses Phänomen, dass man sich einen schlechten Kauf schwerer eingesteht als allen Guten. Ja, genau. Das sehe ich in den Amazon-Bewertungen so. Ja, aber das ist doch genau so. Weil die Leute haben sich das alles gekauft und schreiben dann einen Kommentar dazu. Also auf diese Bewertung kann man sowieso nicht gehen. Das dürfte, glaube ich, jedem hier klar sein. Oder genauso iTunes-Sternchen-Bewerte oder App Store. Das wollte ich sagen. Da kannst es ja nicht nachgehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Garda hingeht und empfiehlt das Spiel Water oder wo ist mein Wasser? Ich persönlich habe gesagt, das waren die best investierten 80 Cent im letzten paar Monaten. Da stehe ich zu. Ich empfehle das. Ich finde das Produkt gut. Und wenn der Entwickler von Water jetzt sagen würde, okay, und weil du das so toll findest, schicken wir uns jetzt euch im O-Infos jetzt 20 Test-Versionen oder Gratis-Versionen, die ihr verlosen könnt, bin ich genauso stolz und würde es trotzdem genauso empfehlen, als wenn er das nicht tut. Oder hier, ne? So, wenn jetzt der Hersteller eines Erfrischungsgetränkes sagt, lieber Garderol, wir stellen dir einen neuen Ferrari in die Tür und mir schmeckt das Gesöff nicht, dann werde ich es trotzdem nicht empfehlen. Ne, ne, ne. Dünnes Eis, weil da gibt es psychologische Abhandlungen darüber, dass du dann denen einer Schuld bewusst bist, dass die das so gegeben hat. Das ist ja der Punkt, den ich immer sage, wenn hier diese ganzen Spielezeitschriften futzig sagen, sie sind ja so toll unabhängig, werden aber da für fünf Millionen durch die Welt geschaukelt, kriegen ihr Kaviar-Buffet und schlafen im Fünf-Sterne-Hotel und kriegen davon den ganzen Entwicklern da dreimal am Tag irgendwie, ne. Das ist halt der Punkt, wo ich meine, wer sich da hinstellt und sagt, wir sind ja unabhängig und unsere Presse-Ehre und blablabla, ich kann das Gesocks nicht mehr hören. Ja. Wer sagt, dass der unabhängig ist, muss mir erstmal die Bezahlformular auf seinem Flugticket zeigen. Wieso, wenn ich nur sage, dass mir der Kakao gut schmeckt und dafür kriege ich einen Ferrari, dann kann ich das doch mal sagen, auch wenn der blöd schmeckt, oder? Es ist doch nicht falsch, wenn wir sagen so, Produkt A ist gut, Produkt B ist scheiße oder wir empfehlen das oder sonst irgendwas und. Ja, aber dann musst du auch undiskriminierend sein bei deinem Produkt. Dann musst du sagen, ja, okay, wir machen jetzt Werbung und dann machst du Werbung für die neuen Treatment von Heckler & Koch. Werbung ist wieder was anderes. Werbung, wenn wir Werbung in so einem Podcast machen, ist es ja so, dass wir die gesondert kennzeichnen müssen, die gehört nicht zum redaktionellen Teil etc. pp. Ja. Und auch da ist es so, ich werde niemals für etwas Werbung machen oder namentlich erwähnen oder sonstiges und wenn man mir da 100 Euro für überweist, was ich nicht gut finde, weil ich stehe dafür mit meinem Namen und gerade diese... Ja, und was ist mit 100.000 Euro oder mit 100 Millionen? Ja, und dann soll ich dafür Werbung machen, dass Waffen in Grundschulen verkauft werden. Ja. Das ist ein Nebensatz, mit dem verruhenierst du dir dein komplett aufgebautes Vertrauen, was Leute nicht haben. Aber dafür hast du auch ausgesorgt danach. Gibt's nicht. Nein, werde ich nicht machen. Okay. Weil du kannst... Wir werden sehen. Du kannst... Du kannst... Du kannst... Du kannst viel mit Geld erreichen, aber du kannst dir keine Reputation damit wieder, finde ich irgendwie. Ja, aber wenn wir auf einmal jetzt dastehen... Wenn du deine erworbene Reputation mit einem Satz tötest, dafür aber komplett ausgesorgt hast danach. Ja. Also der Sponsor, der muss erstmal vor der Tür stehen. Das sind dann... Heckler und Koch. Ja, dann... Heckler und Koch. Die bauen gute Waffen, oder? Ja, ne? Sind echt toll, die Teile. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Liegen hauptsächlich gut in der Hand. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen? Also ich finde das G36 auch schöner als das XMP, das stimmt schon. Aber beides von der gleichen Firma. Wir müssen jetzt aber noch ein paar andere Firmen nennen, die auch Waffen herstellen. Das M16 ist nicht so toll wie das G36. Ach. Ich habe übrigens ein tolles Luftgewehr von der Firma, ähm, wie heißt sie? Ihr seid Counter-Strike-Nerds. Ähm, nee. Ich habe gedient, verdammte Axt. Ich sage mal jetzt ein einfaches Beispiel. Ähm, ich habe hier meine Studioausrüstung teilweise von der Firma Thoman. So. Firma Thoman ist... Das ist doch nur der Versand. Ja. Das ist aber ein Versand, den kann ich ohne Probleme sagen, wenn ihr was braucht. Schaut euch diesen Laden bitte an. Weil ich habe noch nie erlebt, dass mir da irgendwas aufgeschwatzt wurde, was ich nicht gebrauchen kann. Und ich habe da schon mittelefoniert mit den Jungs. Das sind alles Leute, die kompetent sind. So rum war es. Ja. Wir sollten schon wieder einen Sponsor weg sein, weil wir da kompetent sind. Jetzt kriegst du nichts mehr von Thoman. Thoman. Musikhaus Thoman. Könnt ihr mal nachgoogeln. Das ist eine Firma... Ich weiß nicht. Debo hat bestimmt auch schon mal da was bestellt. Ich glaube, jeder, der irgendwie was mit Musik oder Hi-W macht, hat bestimmt schon mal irgendwann ist drüber gestolpert. Und, ähm... Ja, vor allem kannst du da auch mal anrufen und sagst, hier, ähm, da sind doch diese zwei Dinger. Was ist denn das überhaupt äh, da für ein Unterschied? Dann kannst du auch mit dem mal 15 Minuten reden, ohne, äh, dass du jetzt von Anfang an sagst, dass du das überhaupt kaufen willst oder so. Ja, genau. Die verkaufen ja auch nicht irgendwie, ähm, Sachen, wo die halt die meiste Marge drin haben, sondern, äh, ich habe es zum Beispiel hier mit dem Dings gehabt, mit dem, mit dem Mischpult, was ich hier habe und habe mir da ein paar ausgesucht, habe mir auch Tim angehört, was der empfohlen hat und noch ein paar andere durchgelesen und dann sagten die, ah, für das Setup, was du da hast und was du da machen willst und mit In-Out und so weiter äh, tut's auch das hier genauso gut. Und ihr hört es ja, Qualität perfekt, ich kann alles damit machen, was ich will und hab 300 Euro gespart. Welche Firma macht das heute noch? Ja, aber ihr hört immer nicht den Anfang, der rausgeschnitten wird, wie ein Garda-Fluch, dass das nicht geht und dass die da hingestellt werden wollen. Ganz normal, ich hab doch hier irgendwo welchen Knopf, muss ich drücken? Ja. Soll ich denn einschalten? Ich drück mal vom Knopf. Nein, aber das ist so ein Beispiel, zum Beispiel, äh, unabhängig davon, dass die Firma mir jetzt meinen nächsten Urlaub finanzieren wird, ich find die gut. Jetzt werden sie sogar noch den nächsten Urlaub, den Flug und die Vollverpflegung verfehlen. Nein, so das Thema verfehlt. Das muss erst der Sponsor sein und dann wird er dir Geld geben, wenn du das alles umsonst sagst, dann gibt er dir auch kein Geld. So, also nee, aber wirklich, also das, äh, so und so eine Firma, die kann ich empfehlen, weil ich hab mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht, genauso wie mit meinem, äh, ne, mit meinen Einkäufen und mit meinen, ähm, Dings halt mit meiner Beratung da und so und dann bin ich damit zufrieden. Genauso bei Amazon, wenn ich euch Sachen über Amazon empfehle, das ist zwar unser Werbepartner in Anführungszeichen, da kriegen wir dann halt unsere Provision drüber, deswegen erwähne ich vielleicht Amazon das ein oder andere mal häufiger, wenn ich zum Beispiel was sehe, was da günstiger ist. Natürlich tue ich das in der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere von euch dann auch da draufklickt. Selbstverständlich mach ich das aber nur bei Produkten, wo ich sage, okay, das kann ich empfehlen und ich kann auch Amazon empfehlen und die Kombination win. So. Fuck. Nein, wohin? Heute ist Sonntag? Scheiße. Egal. Was, was ist, ja, heute ist Sonntag, schon seit ein paar Stunden. Mir ist gerade bewusst geworden, dass ich vergesst habe, einzukaufen. Wow. Pizza bringen die ins. Yay. Pizza.de ist ja sehr toll. Oh nein, jetzt weg von den Sachen. Können wir jetzt bitte mal hier. Was hast du noch gespielt? Ja, Minecraft habe ich gespielt und das war es im Prinzip. Ich muss mir noch ein paar andere Spiele, unter denen ich habe bald Urlaub, da werde ich mir ein paar andere Titel angucken, die man... Du hast Urlaub oder hast nur Minecraft gespielt? Nein, ich habe bald Urlaub und da muss ich mir ein paar Titel anschauen, die rausfallen bis jetzt. Aber mal gucken. Hast du eigentlich, hast du eigentlich Guild Wars 2? Wie habe ich das? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Ja, das ist zum Beispiel jetzt nochmal den ein, zwei Sätzen muss ich noch loswerden, bevor wir zu den News kommen. Weil das ist natürlich... Da würde ich mir sagen, ich will so ein Presse-Ding haben. Das ist genau... MMO-Infos.de. Das ist genau der Punkt, der eben nicht funktioniert. Wenn die Publisher dich in Anführungszeichen kennen und wissen, dass du permanent nörgelt, kritisch bist und so weiter, kriegst du halt kein Test-Exemplar und fertig. Echt? Du hast keins gekriegt? Das ist das Problem, was wir haben. Natürlich. Das ist unser Problem. Wenn wir was testspielen wollen, sind wir darauf angewiesen. Ich sage es dir ganz ehrlich, wir haben fantastische User da draußen, die mir Beta-Keys schicken, damit ich was testen kann. Die Publisher, die zeigen mir den Arsch aus dem Fenster, auf Deutsch gesagt, weil die genau wissen, da ist jemand, der setzt sich halt nicht gekauft mit einem Produkt auseinander, sondern der hat seine eigene Meinung. Aber haben damit nicht 99% der User, die das machen, schon direkt gegen ihre Lizenzverträge da verstoßen? Achso, die Beta-Keys, die habe ich dann gewonnen bei IGN und so. Ja, ja, Sülz, Zetilz, Zetilz. Nee, aber das ist, ja, das ist einfach so. Ich habe das jetzt mehrfach outgeleint, ich habe unsere Zuschauerzahlen, die sehr Zuhörerzahlen dargelegt, ich habe unsere Klicks dargelegt, ich habe unser Produkt verkauft, ich bin mehrfach vorstellig geworden und das Resultat war letztendlich nur, dass man mir sogar teilweise unter der Hand mitgeteilt hat, dass man doch gerne rigidieren würde, bevor ich was veröffentliche und so weiter. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Nö. Und das war es dann. So nach dem Motto, wenn du einen Testbericht schreibst, wollen wir den gerne vorher lesen. Auf sowas lasse ich mich doch nicht ein. Ja. Wieso? Ich will jetzt nicht die Firma Nintendo nennen, die das so haben wollte. Sie haben ein Lesegebot, aber sie haben nicht Initiergebot. Also wenn du da jetzt in das Ding reinschreibst, titten, 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 Vor der Veröffentlichung, um Freigabe, ist das Ding einzureichen. Ja, aber ich würde das, das wäre doch gerade gut. Sagen wir mal, du machst das mit Activision, dann hast du so einen Bericht und den kriegst du dann wieder und dann sind lauter so Zeilen eingeschwärzt, ne? Was mir, ja. Dann würde ich den komplett genau so posten. Mit den von den eingeschwärzten Zeilen. Das stimmt natürlich. Das ist natürlich eine gute Idee. Also, liebe Publisher draußen, wenn ihr wollt, dass wir euch noch weiter in die Wand fahren, wie wir es ja bisher schon tun, dann schickt uns einfach mal Presseexemplare zu. Wir würden uns freuen. Ich habe es versucht. Hören das? Äh, bitte? Ich glaube, sie hören das. Guck mal, die haben sich jetzt gesagt, ja hier, der will was haben, okay, kein Problem, geben wir, wir wollen aber unser Einspracherecht haben. Also, was durchaus legitim ist, finde ich. Klar. Und da hast du dich höchstwahrscheinlich quergestellt und gesagt, ja, verpisst euch mal. Ja, das erinnert mich so an diese Zeiten, wo, äh, nach, vor einem Spielrelease zum Beispiel verhindert worden werden sollte, dass Spielezeitschriften, äh, eine Zeitschrift veröffentlicht wird, einen Tag vor Release, die ein Spiel zerreißt, mit ein, zwei der Verfügung und so. Und das, finde ich, das geht in eine Richtung, äh, die will ich nicht haben hier. Ja, aber dann muss man, also, du bist jetzt schon preemptive ängstlich. Und das finde ich schlalbernd. Wieso? Ich meine, es hat den Fall gegeben, es kam, ich will jetzt nicht sagen, um welches Spiel und welchen Verlag es ging, äh, kann man sich aber wahrscheinlich denken, es ging um ein... Ja, aber die haben das, glaube ich, auch kommuniziert, oder? Die haben das kommuniziert. Da stand auf einmal ein Lachen, Fax auf dem Fax. So, eins, zwei, die Verfügung, äh, Spielezeitschrift PC irgendwas, bitte nicht veröffentlichen, Rechtsanwalt schreiben, richterliche Verfügung, bla bla bla, weil erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, was machst du denn dann? Ihr habt unser Spiel beleidigt, meh, 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 wir wollen es einfach verkaufen. Bitte den Artikel nicht bringen, einschwärzen, entfernen, hast du nicht gesehen. So, und bei solchen Auswüchsen, da muss ich mir ganz einfach sagen, dann habe ich auch keinen Bock, dann irgendwelche Artikel einzureichen zur Freigabe, wo sind wir denn hier? Ich verstehe natürlich, dass das... Egal wie nett oder böse ein Publisher ist, finde ich es trotzdem normal, wenn der so einen Bericht vorher mal sehen will. Das kann ich dann verstehen, wenn ich eine exklusive Vorschau bekomme, die bekomme ich aber nicht, sondern ich bekomme die zusammen mit 35.000 anderen Verlagen und wenn man dann als Publisher hingeht und nur den Verlagen die Erlaubnis gibt zu veröffentlichen, die auch möglichst positiv berichten, dann finde ich das sehr bedenklich und da will ich nicht dran teilhaben. Das ist mein Problem. Wenn ich jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal bei einem Publisher, der steckt was durch an die Presse, neue Features oder so, ja? Und in diesen neuen Features durchgesteckten Pressartikel wird der Titel gleichzeitig verrissen, ist mir vollkommen klar, das macht kein Publisher mit und steckt nichts mehr durch. Das leuchtet mir vollkommen ein, das war aber exklusiv. Ich rede aber hier davon, von Rezensionsexemplaren, die in aller Welt an Bloggerseiten mit 100 Aufrufen pro Tag geschickt werden, wo wir zigtausend Mal drüber sind, ja? Die kriegen Rezensionsexemplare geschickt und weil sie ach so toll darüber berichten und ja, das ist auf dem, und wenn das dann vorher immer zensiert, nein, rezensiert, Entschuldigung, regidiert werden soll. Ich weiß nicht, das finde ich bedenklich. Eigentlich, ähm, mögen wir Spiele ja auch, die wir mögen, wir suchen ja nicht immer nur das Blöde daraus, sondern, ich kann mich nicht an eine einzige Glosse erinnern, die ich geschrieben habe, zum Beispiel, wo ein Spiel zu 100% schlecht weggekommen ist. Das ist ja auch mehr ein, äh, zum Beispiel, das ist ja ein mehr satirischer Blick, wo es wirklich darum geht, die Schwächen herauszustellen, in der Hoffnung, dass das nächste Spiel halt besser wird, eben weil ich es gespielt habe und weil ich es vielleicht auch irgendwo ein bisschen mag. Naja. Jedenfalls, also, wir stellen fest, Publisher mögen uns nicht. Soll sich das ändern und ich irgendwann doch da mal hier meine ganzen Rezensionsexemplare, weil die Leute meinen ja immer hier, wir sitzen hier und kriegen das alles in den Arsch geblasen, wir kriegen überhaupt nichts. Nichts. Null. Alles, was ich hier teste, was ich mache, muss ich mir selber kaufen oder bin auf Spenden angewiesen. Immer. Grundsätzlich. Punkt. Nur, um das mal klarzustellen. So. Haben wir es? Können wir das Thema beenden? Ich habe mich genug aufgeregt. Okay. Damit sind die ersten zehn Minuten rum und wir können zu den News kommen. Ein toller Übergang. Wer den Regler vorher hochzieht, hat mehr vom Soundeffekt. Ähm, wir kommen zu den News. In den letzten Wochen, vier Wochen, viel passiert und wir haben so einiges angesammelt. Auf deiner Seite wollen wir diese Ausgabe des Podcasts nicht allzu lang werden lassen. Deswegen möchte ich zunächst einmal euch drei, zwei, bitten, von euren zusammengetragenen News erstmal die Top-News rauszusuchen, die ihr meint, die es denn wäre. Mo. Äh, was, warte mal, was fand ich denn sehr lollig letzte, letzten Wochen? Was hast denn du all? Brav, deine fünf Punkte ausgefüllt sehe ich hier. Das ist schon mal sehr vorbildlich. Wir sind ja da gerügt worden, aber dazu kommen wir im Feedback-Teil. Da kann der Debo dann was zu sagen. Warte, ich fand, okay, sehr lustig fand ich, dass Sony Online gerade sein Kram an ProSieben, Sat.1 und a la Playa verscheuert. Das fand ich sehr witzig. Ich muss vorweg schicken, ich hab das ja, du hast mir das ja kurz erzählt und man kann glaube ich schon hören, wie ich jetzt gerade die Hände vor dem Kopf zusammenschlage und verzweifelt bin. Also man muss dazu wissen, wer a la Playa ist. Moment. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Und du hattest mich gebeten, mir das durchzulesen. Und du hast mir aber vorher in drei Sätzen erklärt und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich war so frei und hab es nicht getan. Ich wollte es einfach nicht hören. Aber erklärs mal bitte, was ist da passiert und warum? Ja, Sony Online Entertainment, das ist die Online Entertainment-Sparte von Sony, die so was Wichtiges wie EverQuest und EverQuest 2 rausgebracht haben, hat sich entschieden, dass sie kein Marketing mehr in Europa selber machen wollen. Das geben wir mal an die ProSieben Media AG weiter und a la Playa. A la Playa ist so ein ganz schlimmer Online-Rechte-Verwerter. Die haben Knuddels machen die uns so einen Schmarrn. Also womit schon mal klar wäre, von a la Playa würden wir jetzt auch nicht mehr gesponsert, okay? Nö, also die haben auch gar nicht so viel, aber die haben so schlimme Communities. Also deren Community ist so 13-Plus-Geschichten. Äh, ich möchte nicht, dass du auf jüngeren Spielern rumhackst. Das sind aber junge... Ach. Heranwachsende. Ja, aber das sind... Der Lukas, liebe Grüße Lukas von unserem Minecraft-Server, würde jetzt sagen, die Hormone. Machst nix. Ah. Jedenfalls, aber um das kurz einzuschieben, bevor ich es wieder vergesse, weil ich vergesse ja mir mal Gedanken ging, ich hab mal Siedler Online gespielt. Das ist ein tolles neues Browserspiel. Und was sich da im Chat abspielt, das ist wirklich nicht mehr... Das erinnert mich an Holgys Einwürfe, wenn er mal wieder so tut, als hätte er Tourette-Syndrom. Mehr sag ich nicht. Das ist unglaublich. Unglaublich. Schlimmer als der Halo-Xbox-Live-Chat? Das kann ich nicht sagen, weil... Mo, du sagst mir gerade etwas. Halo. Ich hab ja jetzt eine Xbox und das ist ja exklusiv. Man sagte mir jetzt schon zum 160.000. Mal, dass ich kein Gamer bin, wenn ich eine Xbox habe und hab nicht Halo gespielt. Das stimmt aber. Okay, dann werd ich das nachholen. Jedenfalls, äh, ja, a la Playa. Jetzt darfst du. Die Playa sind schlimm, böse und sie haben irgendwie nur ein Produkt, aus dem sie, das sie extrem vermarkten. Der Rest ist, äh, Alain. Und, ähm... Was ist das? Die sind es halt gewohnt, mit, ähm, 13- bis 16-jähriger User-Database umzugehen. Und, ähm, die haben auch das Problem, dass sie Kunden von sich zum GM machen. Also, da kannst du das Problem haben, dass du von dem 16-Jährigen geadmint wirst. Und das ist dann schon eine gute Wahl, den 16-Jährigen genommen hast. Ist das nicht bei a la Playa so, dass die sowas wie 2000 Online-Spiele haben? Ja, aber davon funktionieren irgendwie nur drei. Wie? Also, funktionieren mit gut laufen, meinst du? Ja. Äh, geschäftlich, so. Ja, genau. Okay. Aber das ist doch schon diese Mini-Online-Game-Fraktion. Ja, genau. Das ist so ganz komischer Kram. So ganz kleine Mini-Games. Die eigentlich besser auf dem iPad oder auf dem iPhone gespielt werden als auf dem Rechner. Das sind also die, wo man immer da in den Werbespots von ProSiebenSat.1 diese komischen Dark Orbit. Ja, genau. Wo dem Typen die Nase weggespringen wird. Ich glaube, Dark Orbit ist doch das einzige Gute bei denen, ne? Was da gut läuft. Oder ist das mal nimmst von denen? Ne, das ist, ja. Stand im Artikel drin, hab ich jetzt nicht mehr gelesen. Ich glaub, da gibt's verschiedene Klassen. Es gibt ja die ganz Mini-Dinger. Ich darf mal kurz vorlesen. Free Online-Games, MMORPG, Flash-Games, Rollenspiele, 3D-Spiele, Spiele kostenlos, Gratis-Spiele und, ganz wichtig, coole Spiele. Das sind die Kategorien. Also das, äh... Die haben auch coole Spiele. Die haben auch coole Spiele, ja. Moment, ich klicke mal auf coole Spiele. Was sind denn coole Spiele? Das verlinkt zurück zu den, äh... Zur Startseite. Ja, genau. Doch, tut es, ja. Kann auch am Flash... Sie sind sehr professionell aufgesetzt, diese Leute. Kann auch am Flash liegen. Kann auch am Flash liegen. Und das Schlimme ist, dass jetzt halt EverQuest und EverQuest 2, so wirklich die Urgesteine von MMOs, die werden jetzt in Europa von denen vermarktet. Und, ähm, sogar mit IP-Blog-Geschichten. Also, dass du, ähm, als Europäische nicht mehr auf die amerikanischen Server spielen kannst, was nicht so das Problem ist, weil back in the days standen die EverQuest-Server alle in Europa. Die standen in London, irgendwo da in Großbritannien. Das heißt, ähm, dass die ganz alten Gilden, die, die ureingesessenen, die haben eh alle europäische Accounts. Aber das ist auch nicht mehr möglich. Du kannst jetzt auch nicht mehr mit, wenn du in den USA wohnst oder in Australien wohnst oder in Asien wohnst. Also, du bist Hardcore-Member. Du warst von Anfang an dabei. Hast aber leider das Pech, dass du in Europa, äh, dass du nicht in Europa wohnst. Du kannst jetzt nicht mehr mit deinem alten Gildenleuten zusammenspielen. Und das war auch eines der schönen Sachen damals an EverQuest, weil, ähm, die Diversität war sehr groß. Also, da war halt der Typ neben dir vielleicht ein Chinese oder ein Amerikaner oder ein Australier. Ist das auch was... Nicht so, wie du es heutzutage hast, wo du wirklich so, äh, bei WoW hast du die Chartgröße ist, glaube ich, 8000 oder so. Fünf, sechs, ja. Da habe ich die MMO-Zahlen sind auch noch da übrigens. Habe ich auch noch rausgesucht. Ähm... Ja, aber das hast du ja jetzt in Eve wieder, ne? Das, was du dir da wünschst, wenn man es so sieht. Ja, aber, ähm, das ist halt das Schöne an... Also, deswegen spielt man doch eigentlich MMOs, weil man mal andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen kann. Und jetzt hast du es bei WoW so, bis auf deutsches Hörber, jeder spricht Deutsch und am meisten kommen so noch alle aus deiner Richtung, aus deiner Nähe. Aber ist das nicht alles auch so ein bisschen, ähm, also ich könnte mir genauso gut vorstellen, wenn ihr beide jetzt, äh, die ganze Zeit noch EverQuest spielen würdet und da auch so hauptsächlich unterwegs seid, dass ihr dann vielleicht eher von der Seite rangegangen werdet, dass ihr sagt, ja, voll nett, dass sie das jetzt doch nicht einstellen, sondern, ähm, hier à la Playa sich jetzt darum kümmert und das weiterläuft, das Ding, weil... Also, ich glaube nicht, dass sie es eingestellt hätten, das wäre eher der Grund, warum ich sehe, dass sie es gemacht haben, weil sie sich nicht um europäisches Marketing kümmern wollen, weil das sind halt Asiaten und, äh, sich da an europäische Kultur reindenken zu wollen. Du siehst ja, was so bei Ion und so rumkommt. Die europäischen Adaptionen der Geschichten, das kriegen die nicht so richtig hin. Das stimmt natürlich, aber... Ich fand eigentlich EverQuest, von dem, was ich gesehen habe und von den fünf Minuten, die ich gespielt habe, eigentlich schon sehr, sagen wir mal, traditionell europäisch rollenspielerisch. Und schön war auch noch das Zeiteteil, dass, ähm, sie, die ProSiebenMedia AG hat sich das Recht vorbenommen, Content-Inhalte zu ändern und ein preislich anderes Finanzierungsmodell darum zu etablieren. Ja, also... Ja, das wird demnächst, EverQuest wird demnächst free-to-play gehen und man kann sich da Sachen im Itemshop zulegen. Ja, bei EverQuest ist doch schon free-to-play. Aber, ähm... Aber vielleicht fusioniert das ja auch alles immer mehr zusammen, sodass du dann... Äh, hier, weiß nicht, was gibt's denn da? Zum Beispiel Tuff guckst und dann kommt eine von diesen beknackten Fragen hier, ähm, war das Kleid, was ich grad gesehen hab, blau oder grün? Und, äh, dann gewinnst du hier Game-Content-Inhalte. Okay. Ja. Also ich kann sehen, dass man seitens Sony jetzt bestrebt ist, ähm, mit mutigen Entscheidungen sich selbst aus der Scheiße zu ziehen. Mal, seien wir mal ehrlich, Sony steckt momentan in einer dezenten Krise. Wegen? Kein anderer Konzern hat's in den letzten drei Jahren geschafft, so konsequent Sachen zu spät auf den Markt zu bringen oder Entscheidungen so falsch zu treffen, wie es gerade eben ging. Also, Datenbank zu verlegen. Ja. Das ist mal wieder einer weggekommen, ha? Wer hat die denn gesehen? Hallo, Datenbank, wo bist du? Ist nicht weggekommen. Es wurde eine Sicherheitskopie bei externen Leuten angelegt. Obwohl, habt ihr das über die NASA gelesen? Die haben das auch grad gemacht. Echt? Ich hab nur in diesen News-Plop-Dingern hier, äh, gesehen, dass wohl bei NASA 14 Rechner weggekommen sind, die zufällig die Zugriffscodes für die ISS hatten und die eine Weile keinen Zugriff mehr darauf hatten. Oh. Das ist natürlich, da geht's natürlich um Menschenleben, ne? Das ist natürlich nicht ganz so lustig. Doch, doch, doch. Ja. Na gut, wenn's der NASA passiert, wenn's jetzt der ESA passiert, wäre es schlimmer, dann gebe ich dir recht. Na, da wird die Kooperation eingestellt, NASA und ESA. Warum? Ähm. Na gut, ich würde mich auch nicht ganz damit bekloppen, andersrumschlagen, aber. Ne, das wird ja von der NASA aus eingestellt, aber weil die eh relativ runtergefahren haben, glaub ich, liegt das eher so an dem, äh, Geld. Man muss sich das mal überlegen, der Einzige, ah, jetzt kommt wieder dieses, dieses komische Die Russen, oder was, dass das Sujus-Ding noch funktioniert. Der Einzige, der uns heutzutage zuverlässig in und aus dem Weltraum fliegen kann, ist, Achtung, der Russe. Ja. Das find ich schon, also, das erinnert mich an den... Technik aus den 60ern. Das erinnert mich an den... Wobei, du solltest da nicht sagen zuverlässig, sondern am zuverlässigsten. Das erinnert mich an den Film Jagd auf Roter Oktober, wo diese Szene dann kommt, wo er dann sagt, äh... Ein Bleistift. Mit der Technik, da, russisch, amerikanisch, ist eh alles aus Taiwan, so, ne? Das, äh, ja. Oder solide russische Technik. Ich fand diesen Bleistift-Vergleich ziemlich genial. Ja, die Amerikaner haben, um zu schreiben bei Schwerelosigkeit, eine Kullimine entwickelt, die ständig einen Druck in der Halb der Mine aufbaut. Und somit auch in Schwerelosigkeit und über Kopf geschrieben werden kann. Da! Die Russen benutzen einen Bleistift. Die Russen haben einen Bleistift mitgenommen. Ja, das... Das ist so geil. Ja, und die Chinesen fliegen, äh, zum Mond und die Russen fliegen zum Mars und die Amerikaner fliegen auf die Nase. Ja, das passt so ein bisschen zu meinem Weltbild. Ja, Sputnik-Schock gibt's halt nicht mehr, ne? Also, die haben halt keinen Incentive, da hin zu wollen. Wenn du jetzt natürlich herausfindest, dass der Mars aus solidem Alamantium besteht, dann fliegen die da auch hin. Ja, fliegen da hin und wollen dann mit dem Alamantium dann in Free-to-Play-Spielen dann irgendwelche Sachen kaufen, ne? Alamantium ist ein echtes Metall zum Mitmeißeln. Mo. Zumindest die Zuhörer haben gelacht. Na ja, ähm, wir waren vom Sony-Rant abgekommen. Ne. Und was waren wir... Ja, Sony macht gerade extrem Müll und... Aber zum Thema 60er-Jahre fällt mir noch ein, ich hab eine Reportage, hab ich das nicht schon mal erzählt, und zwar, das war eine interessante Reportage aus Nordkorea, hab ich das schon erzählt, im letzten Podcast, ich weiß nicht, oder vorletzten. Die lief auf Arte... Warte, war Nord das gut oder das böse Korea? Böse, böse. Okay. Und die sind da irgendwie reingekommen, weil das war ein, Achtung, ein Eisenbahn-Fan-Club, und in Nordkorea gibt's halt noch sehr alte Eisenbahnen, also die, äh, Eisenbahn... Ach stimmt, das hab ich auch gesehen, das war sehr witzig. Das war krass, oder? Die Eisenbahn-Linien, also mal zur Vorgeschichte, die haben ja gesagt, wir wollen in das Eisenbahn-Museum und wollen uns diese alten Eisenbahnen angucken, haben dann mit einer geheimen Videokamera versucht, möglichst viel in Nordkorea aufzunehmen. Und das ist deshalb so interessant für die Eisenbahn-Fans, weil zum Beispiel ein Großteil der Zuglinien halt noch mit Kohle-Dampflokomotiven betrieben wird. Und, äh, was ich da am faszinierendsten fand, war diese Szene, wo die in dieser, in dieser koreanischen Technik, äh, Messe waren, so eine, so eine Ausstellung für neue Techniken und Industrietechnik und hast du nicht gesehen, ne? Und, ähm, dann unter der Hand dann erfahren haben, das ist alles natürlich total veraltet, dass es die Ersatzteile nur noch aus alten DDR- und russischen Beständen gibt, weil es die Ersatzteile für die neueste Technologie gibt's schon gar nicht mehr bei uns. Oh, oh man, oh Gott, nee. Das, aber das hat mich sehr, sehr beeindruckt, diese Reportage. Vor allen Dingen, äh, wenn du dazu Südkorea siehst, ja, ein modernes westliches Land, also westlich in Anführungszeichen, aber halt technisch modern, ne, mit allem drum und dran. Nordkorea, äh, mit Eselskarren, ja, mit, mit Zügen, die mal fahren, mal nicht fahren, das ist so unglaublich. Und am Ende gab's dann das eine Highlight, das, was immer funktioniert, das ist die Beleuchtung, ähm, Denkmal für, äh, Kim Jong-sun oder wie er hieß, oder Kim Jong, nein, Kim Jong, der Gründer der, äh, Republik Kim Jong, der, 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 der Papa vom Kim Jong-il, glaube ich. Ja, aber das ist eine sehr faszinierende Reportage. So, und, äh, wie Nordkorea geht's auch bei Sony zu, also, ne, wir haben ja so eine lange Geschichte von rückschrittlichen Entwicklungen, aber da ist ja auch die Vita rausgekommen jetzt. Äh, wie sieht's denn damit aus bei euch? Vita kaufen, ja, nein, und warum? Nein. Nein. Also, ähm, allgemein, weil ich sowas kaum benutze, aber wie war denn noch die Beschreibung? Also, für zwischendurch mal spielen ist ja eigentlich nicht so geeignet, ne? Allein schon vom Preis- und, ähm, Schnellspiel, äh, Kundenfreundlichkeitsverhalten. Grundsätzlich vom Kundenfreundlichkeitsverhalten. Das ist unglaublich. Was ich meine, mit Sonys unglaublichen Fehlentscheidungen, die bringen eine Konsole raus, die hat jetzt zwar ein vernünftiges Line-Up an Spielen, so halbwegs mit Drake und so, ja? Aber wenn du die Konsole zu Hause auspackst und nicht die Vorbestelleraktion hast, guckst du sofort beim ersten Download eines Spieles oder beim Spiel mit Speichermanagement in die Röhre, weil du keine Speicherkarte im Kaufpreis drin hast und das Ding quasi nutzlos ist und du erst wieder in den Laden rennen musst und dir eine Speicherkarte kaufen. Diese Speicherkarte ist natürlich nur eine, die nur in dieses Ding reinpasst, du kannst keine andere nehmen. Ich meine, Sony, hallo, was soll das denn heutzutage? Ich verstehe das nicht mehr. Das haben die bestimmt bei Siemens geklaut. In den, äh, Industriesteuerungen von Siemens sind ja, äh, Speicherkarten, das sind SD-Karten, die auch genauso aussehen wie SD-Karten und SD-Karten sind. Und, äh, von zum Beispiel, sagen wir mal, Sundisk oder so, wie viel kostet so ein Ding mit... Na, nix mehr. Ja, kostet nichts, ne? Aber die haben auf ihren Siemens-Karten eine spezielle Formatierung und nur mit dieser Formatierung funktioniert das Ding, das heißt, du musst die Karten von Siemens nehmen und da kostet dann eine 160 anstatt 10 Euro. Ich verstehe das. Genau die gleiche Karte, wahrscheinlich sogar noch über den Sundisk-Aufkleber, den Siemens-Aufkleber drüber gemacht. Jetzt geht, jetzt gehen die Eltern, wollen ihrem 13-jährigen pubertierenden Sprössling so ein Ding kaufen, gehen in den nächsten Karstadt, den es ja nicht mehr gibt, lassen sich da von einem fachkundigen Berater beraten und entscheiden sich für die Vita, nehmen das Ding nach Hause, packen es aus und das Erste, was ist, 90% der Sachen, die man machen will, gehen nicht, weil man noch was dazu kaufen muss. Wie kann man, wie kann man, Sony, bitte, wie, warum? Schlechter Berater beim Karstadt gewesen, ne? Genau, war Karstadt schuld. Jupp, war aber jetzt auch nicht ganz das, was ich damit meinte mit Kundenfreundlichkeit, ich meine jetzt mehr, ähm, Benutzungsfreundlichkeit, das ist schon mehr, äh, nicht so leicht zu handeln, also ich hab das nur in einer Reportage mal so ein bisschen gesehen, wie die da mit rumgespielt haben, der hat ja auch auf der Rückseite ein Touchpanel, womit du Sachen steuerst, mit den Fingern, die du dahinter liegen hast und all so ein Zeugs. Ja, gut, äh, ich denk mal, Tentative, also von, von der, von der Hand, von der Handhabung her, ist das Sony, ist einfach gut. Ich ziehe zum Beispiel die, die, die Playstation 3 Controller, dem Xbox Controller vor, man möge mich steinigen und auf offener Straße erschießen. Steinigen. Ja, ich persönlich sehe es so. Und, äh, die, die Vita ist ja, geht ja auch in die Richtung, wohingegen, äh, alles drumherum um die Vita, ähm, und vor allen Dingen dann wieder mit Cartridges. Oh, diese Schmerzen, ähm, diese Schmerzen. Rekordpause machen, hier an, aus, safe. Warum? Weil ich mich gerade aufrege. Nein, nein. Das müssen wir alle wieder aufs Klo. Oder unter die Dusche. Das stimmt eigentlich, das ist eine gute Idee. Ja, das werden... Meine Gastwolke ist noch gerade alle. Okay, dann gehen wir jetzt mal alle unter die Dusche. Bis gleich. Dann muss ich nur noch klarstellen, dass Bruce kein Fußball spielt, sondern Basketball. Da hat er sich nicht richtig geheult. Ja, die Aufnahme läuft schon, also haben wir das auch richtig gestellt. Möchtest du von deinem Punkt noch was an... Möchtest du von deinem Punkt noch was anderes nehmen? Außer das... Wieso soll man das... Eigentlich war mir das alles wichtig, aber, ähm, ich überlege, ob ich jetzt gerade EA bashen will oder ob wir die Netflix-TV-Diskussion anschieben. Also ich würde sagen, Netflix hatten wir letztes Mal schon. Das können wir beim nächsten Mal nochmal aufgreifen. Okay, dann schlagen wir jetzt auf EA drauf rum. Ja, das ist immer gut. Gut. EA bashen macht immer Spaß. Mass Effect 3 kommt mit einem DLC, der einen, ähm... Äh... Spoiler! ...wichtigen Charakter enthält. Ja. Also grundsätzlich muss man natürlich zu Mass Effect 3 sagen, was da mir im Vorlauf des Releases so alles... Äh... Also... Ich suche gerade den richtigen... Also eigentlich ist dieser Podcast heute sehr hier so lastig, oder? Hier so. Hallo? Gerade wohl kommentieren. Helfen mir mal so auf. Die ganze Zeit schon. Ja. Nein, aber, ähm, was... Zu Mass Effect 3 mir... Wer hat mir das denn gelingt? Also wenn ich komplett alles in Mass Effect 3 haben wollen, sollen... Will? Besitzen? Kann ich da... Ja, stimmt. 800 oder 9... Ja, das hast du in PC Games gelesen. Das wurde mir auch gelingt. Hat auf unserer Seite jemand veröffentlicht. Das habt, äh... Auf mmoinfos.de jemand verlinkt. Das ist so unglaublich. 1200 Euro oder sowas waren das, wenn du alles spielen willst. Aber das war so eine Milchmädchenrechnung. Weil es gibt so extra Missionen, die du nur kriegst, wenn du ein Headset kaufst. Aber was brauche ich denn? Ich habe doch schon das WoW-Headset und das Hello Kitty-Headset. Warum soll ich mir jetzt das Mass Effect 3-Headset kaufen? No pun intended. Äh, ich verstehe das nicht. Weil jeder davon ausgeht, dass du so ein Hardcore-Fan bist, dass du das auch haben willst. Ach. Und das ist gerade das Problem, was die gerade fahren. 800 Euro. Versuchen gerade herauszufinden, wie weit sie gehen können mit sowas. So, und da kommt wieder das, was ich beim allerersten Mal Garderol kommentiert gesagt habe. Und ich kann es immer nur noch einmal wiederholen. Und jeder, der sich so eine Scheiße immer wieder kauft, der trägt genau dazu bei, dass diese verflickte Scheiße immer wieder passiert. Das war damals bei Blizzard so, hätte es einen Aufschrei gegeben und ihr hättet diese scheiß dämliche Leuchtpony, hättet ihr verpönt und Blizzard drauf verrotten lassen auf ihren aus dem Himmel gefallenen Codes, die man da gekauft hat. Sonst war es ja nichts. Kein Aufwand, kein Produktionsaufwand, kein gar nichts. Voll automatisch, immer da. Ja. Aber nein, ihr habt zu Millionen dieses Teil gekauft. Blizzard hat an einem Tag mehrere Millionen Dollar, zig Millionen Dollar wegen einem so einem Scheiß verdient. Und jetzt wundert ihr euch, dass diese Scheiße immer wieder passiert. Und ich habe es damals gesagt, es wird immer, immer schlimmer werden. Und ich hasse es mittlerweile. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich ein Auto kaufe, da sind vier Reifen bei, im Idealfall natürlich nur ein Ersatzreifen, gratis, selbstverständlich, da ist ein Lenkrad dran und Pedale. Wenn ich mir ein Spiel kaufe, fehlt das alles. Es ist unglaublich. Ich verstehe es nicht mehr. Und das haben wir als Konsumenten in der Hand. Und sonst niemand. Wenn wir die Scheiße nicht kaufen würden und, also es geht hier noch nirgends um den Big Fish, da würde ich es ja noch verstehen. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Mo, wir machen eine Spezial-Collector's Edition für 1200 Dollar. Da ist alles drin, plus eine vergoldete Miniatur-Waffe-Strahlenkanone aus dem Spiel. Mit Gold. Das verstehe ich. Aber ich kann es nicht mehr ertragen, wenn zehn weitere Aufgaben für zehn Euro schon am Releasetag verkauft werden. Ich kaufe die Scheiße nicht mehr. Dann kaufe ich in Zukunft einfach nur noch Game of the Year Editions. Es reicht. Das ist ja nicht nur so. Du kannst den ja am Ende auch als Companion kriegen. Ja. Und das ist schon heftig. Es tut so weh. Dann hast du die ganze Zeit, wenn du das Spiel spielst, einen ausgegrauten Charakter-Slot. Der dir jedes Mal sagt, EA hier. Hallo, hier. Wir sind's von EA. Wir wollen, dass du uns nochmal 20 Dollar gibst. Hallo, hier. Alter. Also, das Schlimmste daran finde ich, dass es, ähm, normalerweise hast du ja am Anfang... Ja. Ich sag, du hast ja nichts mehr zu wissen. ...der vom Art-Department gemacht wurde, weil das Art-Department macht am Ende der Entwicklung es nicht mehr. Am Ende wird nur noch programmiert. Ja. Und, ähm, wenn da das Art-Department für die Collector's Edition noch ein Poster macht oder so ein paar Sketches dazu macht... Das ist doch alles in Ordnung. Da hab ich kein Problem mit, weil da ist halt keine Entwicklungszeit reingefroßen. Kauf dir eine Collector's Edition. Die saßen am Ende rum und wussten nicht, was sie machen sollten. Kauf dir eine Collector's Edition von World of Warcraft. Kostete, was kostet die? Sagen wir mal 99 Euro. Ich weiß nicht genau. Die liefern. Du kriegst eine dicke Box. Du kriegst ein fettes Artbook. Du kriegst den Soundtrack. Du kriegst ein Mauspad. Du kriegst, äh, wahrscheinlich beim nächsten Mal einen Authenticator mit dabei. Du kriegst ein Trading-Card-Game-Promo-Packung. Du kriegst, ähm, was weiß ich. Das ist eine ordentliche Collector's Edition. Keine ordentliche Collector's Edition ist, wenn du dann Download-Content drin hast, der sowieso schon im Spiel drin sein sollte. Wie zum Beispiel bei diesem komischen Gothic-Abklatsch. Dieses Gothic 4 oder was das sein sollte. Arcania, a Gothic-Fail, ja? Von No Good. Äh, da war, da war es sogar so, dass der Download-Content aus dem ursprünglich geplanten Release-Teil rausgenommen wurde. Du hast im Spiel es gesehen. Du hast quasi gesehen, wie sie mit einer heißen Nadel das da rausgefrimmelt haben und damit es hinterher wieder nachspielen kannst. Wo sind wir denn bitte? Muss ich mich denn verarschen lassen? Also, ich könnte den Publisher verstehen, wenn, ähm, seine Entwicklungskosten wesentlich höher gegangen sind, als was er dann... Die haben nur einen Absatzmarkt. Ja, dann sollen sie... Die können nur das Spiel direkt absetzen. Aber wenn... Das geht dann nach drei Monaten, geht das dann, äh, nochmal billiger. Und nach einem halben Jahr geht das dann nochmal billiger. Aber die haben halt nur den Primärabsatzmarkt. Die können nicht noch das, äh, so wie bei Film und Fernsehen, an Kinos verscheuern und dann nochmal an, ähm... Ja. Die haben halt einen Primärabsatzmarkt und, ähm, die haben in... Die müssten innerhalb des ersten Quartals, müssen sie alle ihre Geschäftskosten einfahren. Interessiert mich nicht. Wenn ich nicht rechnen kann, dann soll ich nicht in der Buchhaltung arbeiten. Wir kriegen... Es gibt so viele Indie-Titel. Ja? Die sind herausragend. Die schlagen für mich im Spielspaß. Und weiß der Geier was? Jedes für so viele Millionen Dollar programmierte Spiel. Ja, das liegt aber auch daran, weil die für eine Schachtelziaretten und zwei Packungen Kaffee produziert wurden. Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Äh, N.I.A. ist in der Lage, ein solides Spiel zu machen, ohne sich irgendwann voll zu galoppieren oder draufsetzen zu müssen, dass man nochmal extra die, die Spiele abschröpft mit Download-Content. Ja, überleg doch mal. Ich möchte, dass ein Spiel... Der geligte Spielkritiker sagt, oh, es gab vollkommene Sprachausgabe in dem Film. Und das ist ein Spiel, das ist ein Leitstellungsmerkmal. Vollständige Sprachausgabe zu produzieren, brauchst du mindestens drei Leute, die mindestens die Zeit, die Sprachausgabe da sind, beschäftigt ist. Das ist mir klar. Wir haben ja selbst für unser Projekt auch alles mit Sprachaufnahme schon einmal gemacht. Und das kannst du nicht mehr für eine Schachtelziaretten und einen Packung Kaffee produzieren. Das sehe ich ein. Aber ich möchte, dass die Produktionskosten, der Aufwand so berechnet werden, dass wenn das Spiel für mittlerweile ja immerhin schon 59 Euro, 120 Mark im Laden steht, ja, dass dann das Spiel als Ganzes da steht und ich nicht noch hinterher irgendwelche Teile dazu kaufen muss. Zur Gewinnoptimierung. Ja, scheiße finde ich es auch. Ich kann aber auch gleichzeitig verstehen, warum sie es machen. Ja, ich weiß, dass du gerne die opponierende Position einnimmst. Das ist mir auch klar. Äh, aber hier ist es doch eindeutig übertrieben. Hier ist es eindeutig übertrieben. Also ich glaube, das ist bei den verschiedenen Herstellern trotzdem aus einer verschiedenen Sicht gemacht. Ich glaube nicht, dass es bei allen so ist, dass dir was vorenthalten wird, was du gegen Geld verkaufen kannst. Bei manchen ist es auch so, dass du für Geld was zusätzliches kriegst. Richtig. Das, das, das sehe ich ja genauso. Ähm, wir haben ja auch bei, wenn... Ja, aber das ist doch die Grundidee von DLC, dass du für Geld was zusätzliches kriegst. Wenn ich jetzt, guck mal, ich, ich will ja irgendwann mal Cardone auf den Markt bringen. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich plane jetzt, wir bauen ein solides Spiel, verkaufen das oder verschenken das oder was. Äh, drehen es Leuten unter der Bahnhofsunterführung an. Ähm. Und dann habe ich im Kopf so, das Spiel soll 30, 40 Spielstunden haben. Es sollen ungefähr so und so viele Quests haben, etc., etc., etc. Äh, so, bring das auf den Markt und es wird erworben. So, jetzt kann ich mir überlegen. Habe ich von Anfang an vorgesehen, dass ich da später nochmal vielleicht die Story mit einem weiteren Bogen weitererzählen möchte? Das ist zum Beispiel, was ich mir durchaus bei uns für Cardone vorstellen kann. Dann sage ich, okay, ich passe das Spiel so an, dass das später möglich ist. So, das heißt, dass ich einen weiteren Handlungsbogen reinbringen kann, die NPCs entsprechend reagieren, ähm, ein Gebiet angeflanscht werden kann, etc., etc., etc. Das ist aber was anderes, als wenn ich sage, ich rechne von vornherein damit, dass mein Spiel Cardone zu 50% im Laden steht. Und die restlichen 50% in drei oder vier Download-Contents nachgeliefert werden. Auch dann habe ich ein komplettes Spiel produziert. Ich habe die ersten 50% für 59,99 verkauft. Und danach liefere ich irgendwelche weitere Teile, die ich eh schon entwickelt habe, hinterher nochmal für extra Geld nach. Und das wiederum, das sehe ich nicht ein. Und das sehe ich den Unterschied. Ja, was machst du, wenn, ähm, zu deinem Release-Date, zu deinem geplanten Release-Date, du hast jetzt das geplante Release-Date, und zu dem Zeitpunkt kommt, was du nicht planen konntest, das wusstest du vorher nicht, das neue WoW-Add-on raus und Call of Duty 12. Ja. Das heißt, in der geneigten Spielerkasse ist gerade keine Kohle. Ja. Das heißt, du fliegst aus dem Grund auf die Fresse, weil der Spieler gerade kein Geld hat. Ja. Du musst aber, ähm, auch damit rechnen, dass die Leute, die sich an, der Supply, der in den Geschäften vorgehalten wird, also die schlicht und ergreifend Ladenfläche, die für dein Spiel genutzt wird, die wird für den Release-Date ein wenig hochgezogen, und dann wird die aber innerhalb der nächsten zwei Minuten sowas von runtergezogen. Es ist richtig. Das kann ich auch alles verstehen. Und so ein Shitluck hat man ja auch schon mal als, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Torchlight 2 denke, oh mein Gott, die kommen nach Diablo 3 raus. Das ist normalerweise für diesen Titel tödlich. Aber da frage ich mich zum Beispiel, das ist jetzt wieder eine Frage der Reputation, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Torchlight 2 eine so große Reputation bei den Spielern hat, dass es auch nach einem Diablo 3 funktionieren kann. Wird es für Torchlight Download-Contents geben? Erweiterung? Ich weiß es nicht. Aber ich kann... Also ich weiß nicht, wie viele Spiele sich Spieler pro Zeiteinheit kaufen, aber ich glaube, das ist nicht mehr als 2, 3 im Quartal. Ja, gut. Wir sind natürlich jetzt Extrembeispiele, weil, ohne dass das jetzt dekadent klingt, wir können es uns theoretisch leisten. Wir sind keine Schüler, ja, oder arme Studenten, arme Studenten, Mo. Wir könnten uns theoretisch so viele Spiele kaufen, wie wir wollen. Wenn ich jetzt Schüler bin mit Taschengeld, dann gehe ich einmal am Wochenende saufen und schmeiße 150 Euro aus dem Fenster und kaufe mir dann für 60 Euro noch ein Spiel, das wird schon eng. Ja, muss ich Ferienarbeit machen, klar. Nur, da geht es aber weiter. Da ist ein Schüler, der findet ein Spiel super toll und soll jetzt nicht mehr nur 59 Euro oder 49 Euro zahlen, sondern nochmal 10 Euro, nochmal 10 Euro, nochmal 10 Euro, nochmal 10 Euro. Also gut, der Tipp ist immer einen guten Rechtsscheitel hinlegen und dann mal zu den Großeltern fahren. Ja. Und was vorsingen oder Blockflöte spielen. Nö. Rechtsscheitel passt schon. Äh, und das Kommillionanzug anziehen. Das Kommillionanzug. Oh ja. Nein, aber, ich weiß nicht, ich finde, das, kennt ihr dieses Gefühl, wenn einen irgendwas so wirklich ankotzt, aber man kann sich definieren? Und das habe ich hier gerade. Man muss, ein 5.1 Surround Headset für 210 US-Dollar, eine Tastatur, eine Tastatur für 140 Dollar. Ja. Also, ich habe hier bei diesem, bei diesem geräuschlosen PC, den ich hier gekauft habe, hatte ich ja erzählt, da habe ich angeklickt, ich brauche nur eine Tastatur, die habe ich gratis bekommen. Hier, ich halte es ja mal gerade vor das Mikrofon. Das ist ein billig Ding. Es funktioniert. Ich habe dann vor, ich weiß nicht, ihr kennt hier wahrscheinlich noch, die guten alten Sherry-Tastaturen. Meine erste Sherry-Tastatur hat 10 Jahre gehalten und hat 30 oder 40 Mark gekostet. Also ein komisches Ding habe ich jetzt auch. Ich habe auch nur Sherry-Tastaturen. Ja, die sind voll geil. Ja, die sind auch gut. Meine G15 hat versagt und ist gestorben. Jetzt habe ich seit einer Woche auch wieder so ein komisches Brett hier. Ja, ich werde auch nie wieder mir eine G15 kaufen. Ich habe jetzt meine zweite G15. Die erste G15, die ist vergammelt, weil irgendwie durch den leichten Schweiß, den man hat oder so, ist die schwarze Farbe abgegangen. Das hatten aber alle. Das haben auch andere WoW-Kollegen damals mir erzählt. Hier habe ich genauso und da geht die Farbe ab und hier so. So, das kann nicht sein. Was ist das? Und so eine Sherry-Tastatur, die kann zwar vielleicht nichts, aber die hält, die ist gut, die hat, keine Ahnung. So, und jetzt frage ich mich, wozu 140 Dollar für eine Tastatur kann die Kaffee Corona oder was kann die? Wieso, es gibt doch auch Tastaturen für 2000, die das immer wert sind. Ja, das ist so ein E-Pin-Ding, Mensch. Ich habe die originalen Laptastaturen. Ja, aber das ist doch voll cool. Die haben zum Beispiel, jede Taste ist ein kleiner Bildschirm, wo du ein eigenes Symbol drauflegen kannst. Dann kaufe ich mir ein iPad 2. Schließt es an. Kaufst du dir ein Asus-Laptop? Der neue Asus-Laptop von Blah auch, der war ziemlich cool. Dann seid ihr ein riesen Touchpad? Ich habe darüber OLEDs. Das ist dann aber ein Touchpad. Bei einem anderen Ding ist das gar kein Touchpad. Ach, du meinst das Keyboard, ne? Ein richtiges Keyboard, wo auf jeder Taste drauf ein Bildschirm ist. Ja. Wo wir gerade davon reden, von Asus und iPad. Und hast du nicht gesehen, in drei Tagen ist es soweit, iPad 3 kommt. Fällt mir gerade ein. Ja, angeblich. Wobei ich dazu sagen muss, auch die Apple-Fans aus meinem bekannten Kreis sind dazu übergegangen, anstatt jetzt zu denken, ach, ich hole mir das iPad, sich eher, also bei denen, die jetzt gerade vor einer Anschaffung stehen, sich eher sowas wie Netbooks zu holen. Kommt drauf an. Also wenn man schon ein iPad hat, kann ich es verstehen. Wenn man kein iPad hat, kann ich, würde, ich hätte es nicht geglaubt, aber ich würde es nicht mehr missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und seit meiner neuesten Anschaffung an diesem Wochenende, nämlich, habe ich mir ein Apple-TV zugelegt. Was ist das? Warte mal bis nächste Woche, da kommt eine neue Fernseher von Apple raus. Genau, das denken nämlich die meisten, dass es ein Fernseher ist, der Apple-TV. Apple-TV ist... Nein! Das letzte Produkt, an dem Jobs gearbeitet hat, war ein Fernseher. Ja, ich weiß, Mo. Ich warte darauf, dass der rauskommt. Das Apple-TV finde ich gar nicht so toll. Ja, mit so einem richtig geilen Service-Verbund, direkt mit Netflix drin, integriert und allem Scheiß. Das wäre geil. Ja, darauf warte ich. Ja. Und dann wird dieser ganze Scheiß-Privat-Fernsehmarkt, der wird so derbe gefickt. Das geht so schnell. Die wissen, wenn das passiert, die wissen überhaupt nicht, wenn das Angebot stimmt, das Line-Up. Ja. Dann steckst du halt in deinem Fernseher nicht den Kabelanschluss, sondern in deinen TP-Kabel. Ja. Und das war's dann. So, aber was Apple-TV ist, wollte ich noch kurz sagen. Also das ist im Prinzip eine kleine Box, die stellt man sich dahin, wo man sie nicht sieht und schließt sie mit dem HDMI an seinen Home-Receiver an. Und die verbindet quasi iPad und iPhone mit dem Receiver. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf meinem iPad gerade ein YouTube-Video sehe, dann klicke ich einfach nur jetzt ans Apple-TV und dann sehe ich das auf meinem Beamer im Full-HD und hast du nicht gesehen. Nee, es kann nur die Auflösung vom iPad, aber egal. Und spielt, nee, spielt dann die Videos im Original ab, ne? Ja, genau. Ja, genau. Also dann auch in Full-HD auf YouTube etc. Und Musik, die man sich im iTunes-Store geladen hat und so weiter. Und ich finde das unglaublich praktisch, weil bislang war es dann immer so, ich bin zum Rechner getrabt, hab dann da YouTube aufgemacht, hab gesagt, hier Tobi, ich will dir mal ein Video zeigen. Das ist eine Sache, die Apple kann, dieses Usability-Ding. Die kriegen sowas hin. Ja. Nur deine Dreambox ist eigentlich besser von der Hardware her, als was dein Apple-TV da kann. Ich weiß, aber bei der Dreambox habe ich jetzt seit fünf Monaten ungefähr versucht, der beizubringen, das was ich möchte. Ja. Wie gesagt, Apple ist fantastisch in Usability. Nur die Hardware, die sie verbauen, ist, da kommen Leute wie Devo und heulen immer, dass du die gleiche Hardware günstiger von Sulz kriegst. Glaubst du denn, dass dieses Display, was man gefunden hat, mit doppelter iPad-Auflösung wirklich das neue iPad 3 reinkommt? Das ist ja irgendwie diesen, von iFixit den Leuten irgendwie zufällig vor der Tür hat es da gelegen. Ich weiß nicht. Hm. Auf solche Gerüchte gebe ich immer selten was. Retina. Auf das nächste, was ich warte, ist halt echt eine Fernseher von OS X. Da müssen wir übrigens noch was auslösen von letzter Woche. Äh, nicht vor vier Wochen. Da hat er mir gesagt, Gala, du bist so doof. Du bist so scheiße. Da, Werbung da, von Amazon und Love Film. Das war doch gar nicht der gute Herr aus Ober, nee, Ida Oberstein. Wissen die meisten nicht, bloß Willis ist ein Ober-Ida-Oberstein, Ober-Ida-Ida-Oberstein geboren. Ähm. Sondern das war doch der Tom Hanks-Sprecher. Du bist so scheiße, Gala. Äh, dazu hier eine kleine Richtigstellung mal kurz, weil ich muss ja eben einen Schluck trinken. Geistelst du dich gerade, wie sich das gefällt? Ich liebe die ganze Welt. Love Film, Amazons neue Online-Videothek, bietet Ihnen mit über 45.000 Titeln eine riesen Wurst-Spielfilmauswahl. Glaube ich nicht. Erhalten Sie Ihre Wunschfilme per Post. Schauen Sie viele Filme direkt online auf Ihrem PC oder Fernseher, Ihrer Playstation 3 und ganz neu auf Ihrem iPad. Spektakulär! Los geht's schon nach 4,99 Euro im Monat, jeden Monat kündigbar. Das ist doch mein Wort! Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf lovefilm.de. Ein Amazon-Unternehmen. Ein Amazon-Unternehmen. So, damit hätten wir es auch richtig gestellt. Übrigens, so ein Dienst ist ja auch interessant, ne? Wenn die sagen, hier, du bekommst den Fernseher, du bekommst einen Pass, überhaupt für sechs Monate oder so, kannst das mal testen und hast dann deine Filme auf Abruf, brauchst nur einen Knopf drücken, hier ist die Videothek und wir rechnen das dann über den iTunes-Store oder App-Store ab oder was. Das ist ja alles schon da. Das ist ja das. Die Bandbreite ist mittlerweile auch da. Naja. Das kriegst du mittlerweile gestreamt auf 27. 27 und wenn sie dann Hardware, ähm, H247-Encoder reinhängen. X. X ist der neueste Schrei. X-264 ist das Beste, was es gibt. Ähm, ich hab mal kurz, äh, einen Zwischeneinwurf, ihr könnt euch mal was angucken. Hm. Ja, ich nicht. Ich hab nix zum Sehen hier. Achso. Ja. Weil ihr über so grafische Sachen redet und da, ähm, hat hier jemand was gepostet und, äh, gezeigt, was er gemacht hat, ne? Das kommt ja immer ganz toll im Podcast, wenn man über Bilder spricht. Ja, aber das ist ja leicht zu verlinken, dann kann man das, ähm, kannst das auch mit zeigen. Ja, das vergesse ich aber wieder, wie immer. Ich linke das mal kurz Moe, dann kannst du erst weitererzählen. Du kannst es mir eben, was ist denn jetzt los? Moe kriegt's geskypt und Gaida kriegt's ge... Asquiped. Ja. Unser Server nippelt gerade ab irgendwie. Ah, da. Ah, da. Ach, das ist ein Video. Das ist die Stuff. Das kann ich aber jetzt nicht gucken, weil das ist jetzt wieder auf dem anderen Rechner. Wie endet ich denn jetzt hier wieder den Anzeigemonitor? Ah. Ne Iwo Tengu. Ja, vor allem ist das, äh, halt ne Hardware-Holographie davon, ne? Krass. Und, wenn du unter den Kommentaren guckst, der Erste, der das schreibt, ist, äh, netcocker at ccpgames, und das ist der offizielle Pressekontakt, der hier fragt, hier kann ich mehr Informationen zu dem Ding haben. Ja. Ja, mit CCP müssen wir auch noch was machen. Ihr fliegt ja jetzt zum Fanfest in Kürze. Gell? Nein. Ja. Okay. Äh, wir waren stehen geblieben bei... Bei, bei, bei... Wir hatten uns über irgendwas aufgeregt und dann sind wir vom Thema abgekommen, wie immer eigentlich. Ich glaube, es war Mass Effect und dann, äh, ja, jetzt ist der Debo dran. Der Debo hat... Oder Moe? Hast du noch irgendwie? Nö, nö. Debo, dann erzähl uns doch mal, was dir auf dem Herzen liegt. Äh, was hatte ich in meinen News? Ähm, in den ganzen vier Wochen irgendwann zwischendurch ist vom Guinness Buch der Rekorder, die haben die besten Videospielenden aller Zeiten gekürt. Sind zwar irgendwie ein paar komische Titel bei, so Super Mario Bros. und sowas. Ähm, Hegwan hat irgendwie Call of Duty Black Ops, die Liste kann man sich ja mal selber suchen und da durchgucken. Ich glaube, relativ viele werden da nicht unbedingt mit einverstanden sein. Obwohl, auf Platz 5 ist sowas wie God of War und, ähm, das ganze Spiel ist ja irgendwie eh so ein einziges Skript, da kann ich da schon verstehen, dass das wahrscheinlich ein sehr cooles Ende hat. So was diese Kampfszenen. Also wir wollen das jetzt... Das ist gerade sehr spoilerverdächtig, oder? Ich verstehe gerade nur nicht, das Guinness Buch der Rekorde kürt die 50 besten Videospiele Enden. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wie beurteilt man ein bestes Ende? Äh, die haben das ja mit einer Umfrage gemacht, ne? Also nicht nur die selber. Ja. Ja, ähm, die aufwendigsten, am besten inszenierten Abschlüsse eines Spiels halt. Ja. Muss ich trotzdem nicht verstehen, oder? Ich will nicht, ob die Black Ops zu Ende ging. Ich verstehe diese Bewertung nicht. Aber gut, das ist vielleicht Just Me. Äh, ja, und Heavy Rain auf 10? Ja, das Ende war, ähm... Überraschend. Für mich war es überraschend. Ja. Der Charakter mit der höchsten Bindung war der Böseste. Nicht Bindung, aber der Charakter zumindest, wo man denken würde, das ist noch derjenige, der hier am meisten, äh, für, ja, für Richt und Ordnung kann man nicht sagen, aber für Konstanz im ganzen Spiel steht, weil sich sehr viele Sachen um ihn auch drehen und er eigentlich niemals so aus der Rolle fällt, wie viele andere Charaktere, die in Heavy Rain auftauchen. Das fand ich halt so faszinierend. Aber reicht das für, für, naja. Komm, Super Mario Brothers ist doch klar, dass das das schlechteste Ende war von allen. Naja, das ist in einem anderen Schloss. Verbiss dich. Das heißt ja nicht schlecht, ne, die haben die 50 Besten überhaupt gekürt und selbst bei den 50 Besten ist noch Platz 11 Super Mario Brothers. Das ist ja jetzt nicht so schlecht, wenn man hier Platz 11 ist. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Das... Okay. Was geht denn davon? Ja, da haben wir es wieder. Hello Reach. Ich muss mal Hedro spielen. Übrigens, das Wort Halo Reach kann ich nicht mehr hören. Ich hab da irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Podcast das ist, den ich regelmäßig höre. Und da ist also jemand voll der Halo-Fan, offenbar begründet, wie man mir gerade durch Mo mitteilte. Halo ist gut. Und der sich dann schon ein halbes Jahr vorher sehr darauf gefreut hat, dass dieser Titel erscheint in Kürze. Und da habe ich immer... Aber auch mit Halo Reach und blablabla. Und Halo Reach. Ich freue mich auf Halo Reach. Ja, wie in Halo Reach. Ja. vielleicht werde ich es verstehen, wie ich es mal gespielt habe. War er auch leicht enttäuscht danach? Er hat den Verlag gewechselt, das weiß ich noch. It's maybe totally unrelated. Das war ein bisschen schade bei Reach, dass das Marketing besser funktioniert, als das Spiel delivered hat. Ich habe schon mal den Eindruck, dass das grundsätzlich so ist. Aber das ist vielleicht, was haben wir denn noch da? Portal? Das Ende von Portal? Also ich weiß nicht, Debo. Kann es vielleicht sein, dass hier einfach nur nach... Die haben vielleicht entschieden, wie die Spiele mögen. Ja, genau. Und nicht die Enden. Ja, das kann sein. Also die Info oder die News daran ist ja auch nur, dass das ein bisschen komisch war, dass Guinness-Buch jetzt die 50 besten Videospielenden kürt. Und deswegen habe ich mal von dieser Liste von 50 die ersten 11 hier reinkopiert, damit man mal sieht, was für Sachen da überhaupt drin stehen. Und da wurde halt auch öfter mal drüber gesprochen, dass die nur die letzten 5 bis 10 Jahre betrachtet haben und alte Game-Klassiker ja manchmal auch sehr aufwendige Enden hatten, die gar nicht betrachtet wurden. Gibt es nicht die MTV Movie Awards für Spiele? Also die MTV Video Game Awards? Es gibt da aus einem gewissen Verlag doch jedes Jahr diese tollen, ihr habt die meiste Sponsorgelder bezahlt, wir nennen euren Titel noch mal extra Awards. Wie heißen die denn noch? Kommt schon checken. Nicht den Verlag nennen, das ist böse. Äh, naja. Die machen auch jedes Jahr so ein Award. Was gibt es denn überhaupt alles? Game of the Year Award gibt es? So und so Award? Okay, nächstes. Ja, da kann ich nicht mehr so viel zu sagen, da werde ich vor der nächsten Folge noch mal durchgucken. Auf jeden Fall ist die Stimmung im Diablo-Forum so ein bisschen umgeschlagen. Vorher ging es immer in die Richtung, ja irgendwer hat da reingestreut, dass er vermutet oder da und der Herr weiß, wann jetzt Diablo rauskommt, dann haben sich alle gefreut und danach wurde es verschoben. Das ging dann ungefähr 20 Mal gut und danach ist auch die Art, wie die Leute geschrieben haben, etwas vom Standard abgewichen, die wurden etwas ausfallend oder haben dann auch gerne mal vier Seiten dazu geschrieben und wollen jetzt endlich, dass mal irgendwas gesagt wird. Da ist aber auch eine kleine Community entstanden von Leuten, die keinen Bock mehr haben zu warten und dann über das Diablo-Forum ihre Beta-Keys an Leute tauschen, die jetzt noch gar nicht reingucken konnten. Das ist doch wieder... Das erinnert mich an diese Geschichte mit dem Ich-Kündige-Mein-Account-Weil. Das ist normal. Das ist... Was... Jetzt mal wieder aus psychologischer Sicht, was wollen uns diese Menschen damit eigentlich mitteilen? Mögen sie einfach nur... Sie wollen halt sagen, dass sie... Sie beteiligen sich sehr groß an dem Spiel, sie haben einen sehr großen Einfluss in dem Spiel, was sie auch meistens schlecht bewerten. Also sie bewerten ihren Einfluss in dem Spiel meistens schlecht. Und sie sagen dann halt, dass ihre Arbeitskraft dann in dem Spiel verloren geht. Also da gab's... Irgendwo kann man das nochmal raussuchen. Da gab's diese Forum-Kurve, die war auch ganz lustig zu sehen. Nach irgendwie, sag ich mal, dem achten Mal verschieben, ist das extrem eingebrochen, wie stark dieses Forum frequentiert war da. Da waren dann nachher nur noch so diese fünf Leute, die dann immer wieder gedacht haben, ah, vielleicht kommt's jetzt da noch raus. Und vorher war da richtig stark belebtes, äh, stark belebter Forum-Betrieb zu sehen, ne? Ähm. It's done when it's done. Naja, aber wenn it's done, when it's done, dann sollte man das auch so machen und nicht zwischendurch mal sagen, ja, es kommt ungefähr dann raus und das acht Mal verschieben. Ich weiß nicht, wie... Das ist doch überhaupt noch... Ja, aber wer hat das denn gesagt, dass es dann demnächst rauskommt? Keiner. Das war... Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da so irgendein Skript-Kiddy sich lange noch nicht so langweilig und jetzt schreibe ich mal ins Verrückte. Nein, nein, nein. Es gab irgendwie, der Bashjok oder so, der hat mal irgendwie so einen Satz mal wieder an einer falschen Stelle das Komma gesetzt und dadurch wurde daraus interpretiert, dass das Spiel nächsten Monat rauskommt. Und hat sich dann, so sagen wir mal, ungefähr gefühlte zwei Minuten, 40 Sekunden später das richtig gestellt. Aber diese zwei Minuten, 40 Sekunden haben halt gereicht, um das gesamte Internet darüber zu informieren, wann denn Diablo rauskommt. Und drei Tage später alle zu informieren, dass es wohl doch nur ein Gerücht war. Wie das halt so üblich ist. Das meiste liegt ja daran, dass zwischendurch Online-Versandhäuser da schon einen Termin stehen haben für die Auslieferung. Und dann die Leute denken, ja, genau, dann kommt's raus. So, dann steht da ja, okay, lieferbar Quartal so und so. Was war das denn das für eine Story eigentlich? Fällt mir grad noch ein, Mass Effect 3 sind bei irgendeinem Store nicht erhältlich. Das hat doch auch irgendeiner zugeschickt. Ja, das hatte ich auch drinnen. Das war, ähm, Game Station. Das ist so was wie bei uns GameStop, nur ein bisschen Misty Game. Sind momentan, äh, finanziell nicht so gut aufgestellt. Und sie akzeptieren nicht die Geschäftsbedingungen von EA, die sie an, die sie für Mass Effect haben wollen. deswegen werden sie nicht so viel vorbestellt, weil angeblich, wenn du Mass Effect 3 in raueren Mengen vorbestellst, dann musst du dann auch bla mit abnehmen oder sowas. Mhm. Und das wollten die nicht, weil sie momentan, äh, eh, finanziell nicht so gut dastehen. Und jetzt haben sie aber das Problem, dass, äh, EA denen die Lager nicht zuschiebt mit, äh, Kram, aber sie haben schon, äh, verdammt viele Vorbesteller für Mass Effect 3. Das wird immer bekloppter. Wann kommen eigentlich mal die Zeiten zurück, wo ich einfach nur in den Laden gehe und ein Spiel kaufe, ohne dass da irgendwie drölf Milliarden Sachen Politik vorher gelaufen sind? Wieso? Du als Nutzer kannst das doch so machen. Offensichtlich nicht. Ich muss irgendwelchen dämlichen Download-Content kaufen. Äh, ach, don't get me started again. Okay, das letzte war nur, ähm, am Anfang der vier Wochen war das aktuell eigentlich, äh, irgendwann vor einer Weile wurde ja Kino.to vom Netz genommen. Und da hat man ja früher mal von dieser Grauzone gesprochen, dass halt, äh, die User, dass da nicht so wirklich klar ist und die eigentlich nicht belangt werden. Das ist jetzt aber ein bisschen umgeschlagen. Die Grauzone ist schon etwas eingefärbt, zumindest. Die ehemaligen Premium-User von Kino.to, wogegen die werden halt auch gerade Klagen, äh, vorbereitet. Bei Hilfe zur Urheberrechtsverletzung ist es dann. Aber nur, wenn man wirklich einen bezahlten Premium-Account hatte, damit man hier mehr Bandbreite kriegt, weil man die damit ja unterstützt hat. Ja, jetzt... Also, es ist also schon mal ein Schritt weiter. Jetzt hab ich mal eine Frage. Nicht nur der Betreiber. Jetzt hab ich mal eine Frage. Was hat so ein Premium-Account gekostet damals? Ungefähr? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist ja genauso wie bei allen möglichen Seiten. Was ist denn... Pfff... Ah, das sind da 5 Euro im Monat oder so. Ja, aber... Was wäre denn, wenn ich diese 5 Euro auf 10 erhöhe und den Leuten, die diese Sachen produzieren, die Serie und die Filme, einfach direkt mal online irgendwo ins Körbchen schmeiße? Aber die Leute, die das produzieren, haben es nicht hingekriegt, ein vernünftiges Delivery-System hinzukriegen, was Kino.to hingekriegt hat. Das ist unglaublich schlecht. Das hatten wir letztes Mal doch schon. Kino.to hat das schöne System hingekriegt, wo der User auf die Seite geht, anklickt, anguckt. Sie hatten nur den Content nicht selber produziert, den sie da anbieten haben, zum Angucken. Naja, sie haben auch streng genommen den Content nicht direkt angeboten, sondern nur verlinkt. Aber die ganzen Unterseiten waren auch Partnerseiten, oder eigene. Naja. Naja. Und das Schöne ist halt, wenn du da Premium-User bist, gibt es einen Paper-Trail zu dir und der wird halt nachgegangen. Weil die rechte Inhaber wollen natürlich auch auf Gewinnmaximierung rausgehen. Und die verkaufen dann die Adressen an Kanzleien, die dann aus dir die Kohle raushauen. Ja, aber vor allem ist ja der Strafbestand da schon jetzt um einiges härter. Das ist ja nicht mehr sowas wie, du hast eine CD geklaut oder du hast dir umsonst irgendwelche MP3s fünf Stück runtergeladen. Ja, aber die eben halt zahlt hast. Ja, ja klar. Weil wenn du da bezahlt hast, ist ja der Strafbestand bei Hilfe zur Urheberrechtsverletzung. Ja, das ist auch noch nicht so ganz klar, ob es das ist. Das muss erst mal ein Gericht entscheiden. Ja, das ist der, auf den hinaus wollen halt gerade von der Staatsanwaltschaft her. Ja gut, das waren so die News, die ich jetzt mal da rausnehme, ohne längere Themen anzustoßen. Also ich habe vor einem halben Jahr mich mal mit einem Urheberrechtsanwalt unterhalten, ein bisschen besser. Und der hat erzählt, dass das mittlerweile interessiert das die also die Rechteinhaber gar nicht mehr. Ja, absolut. Das ist nur noch so ein Side-Business geworden. Das ist, da sagt der Anwalt, also da kriegt der, ob ich das erkläre, der Urheberinhaber gibt an die Anwaltskanzlei nur noch die Adressen weiter und die Kanzlei überweist dann die Kohle schon direkt, ohne dass überhaupt zu einem Prozess gekommen ist. Und dann hofft halt die Kanzlei aus dem Menschen, der das gemacht hat, also aus der Adresse, mehr Kohle rauszuprügeln, als was er dem Urheberrechtsverletzter gegeben hat. Ja, das ist ein Business-Modell halt. Genau, das ist ein Business-Modell geworden. Klar, genauso wie die ganze Abmahnindustrie. Generell. Das ist dasselbe. Ja klar, und das ist einfach eine Sache, der, der werden jetzt ja hoffentlich wieder Regeln vorgeschoben mit dieser Abmahn-Geschichte. Da läuft ja derzeit für eine Initiative im Bundestag und wir wollen hoffen, dass die Zeit da durchkommt. Es gab ja jetzt schon die Begrenzung, dass Abmahnungen ja nur noch bis zum bestimmten Betrag, also diese Pauschale, die der Rechtsanwalt da unten reinsetzt, die Kostennote, die ja teilweise dann zwischen 300 und 2000 Euro lag, auf irgendwas gedeckelt ist. Die haben halt Pi mal Daumen sich die Zahlen aus dem Kopf gezerrt und gehofft, dass Leute das bezahlen. Tja. Ja, vor allem gab es ja bei dem System auch Modelle, ist ja eigentlich so, du hast bei irgendwem noch Schulden, dann verkauft dieserjenige das an irgendwen Größeres, der kriegt das natürlich billiger und kann relativ gut einschätzen, von welchen Leuten er, wie viel er da noch kriegt oder wie viele Chancen er hat, das zu kriegen und davon hängt dann halt der Preis ab, die solche Forderungen kosten. Die großen Firmen, die sowas betreiben, haben da aber ein komplettes Programm. Die wissen genau, auf welche Art und Weise die einen größeren Betrag oder das meiste noch von dir kriegen können, wie die da vorgehen müssen und in dem Moment, wo du dann bezahlt hast, starten sozusagen Resozialisierungsprogramme, um denen wieder an andere Abos zu binden. Geil. Ja, du hattest keine Kohle mehr, die bringen wir jetzt aus dir raus und jetzt hier, beruhig dich mal ein bisschen und hier, kauf das mal. Also das klingt natürlich krass, aber manchmal frage ich mich auch, was geht in den Köpfen von Leuten vor, die hier in dieser ganzen Rechteverwalter- und Abmahnszene in Anführungszeichen da wirklich unterwegs sind. Tja, die wurden Ende der 50er ausgebildet in BWL und das war's dann. Das ist ja eiskalt. Wenn du dir mal überlegst, da macht ein 15-, 16-Jähriger, der macht einen neuen Podcast, der hat da richtig Spaß dran, der gibt sich Mühe, macht das jede Woche, zwei Stunden lang, unterhält seine Zuschauer und auf einmal kriegt er eine Abmahnung ins Haus, 600 Euro, weil er aus Versehen in der Hintergrund im Küchenradio irgendein Musiktitel gelaufen ist oder weiß der Geist, ich übertreibe es etwas. Das interessiert die Menschen doch überhaupt nicht mehr, weil das ist, ah, das ist so, äh, widerlich. Ja, aber das hast du doch überall, das ist doch auch, wenn du online, sag ich mal, zum Beispiel bei Ebay irgendwie auf mal zehnmal das gleiche Produkt verkaufst, dann zählt das nicht mehr als, ähm, als Privatperson und dann kriegst du sofort so eine Abmahnung mit irgendwas, was ist denn das dann nochmal hier vorne, äh, Ja, du musstest, Wettbewerbszentrale, ja, kriegst du von denen was und die sagen, unlauteren Wettbewerb, so heißt es. Sagen dann, ja, hier, mach das mal nicht mehr, das nächste Schreiben kostet 2000 oder so. Ja, das ist zum Beispiel, das sind halt Automatismen, die eingeführt wurden. Ja. Ja, das ist ja theoretisch nicht schlimm, ich meine nur, das weiß fast keiner. Die meisten, die das bezahlen müssen, die wussten einfach nicht, dass wenn die jetzt zehnmal das Ding reinstellen, ne. Ja, da geht es ja darum, dass diese, diese Leute dann sagen, so, pass auf, du machst das hier jetzt, äh, gewerblich, ist uns aufgefallen, weil du das ja häufiger machst, dir fehlen die Angaben, die du als Gewerbetreibender bei Ebay haben musst. Genauso bei einer Webseite mit, äh, heutzutage in Deutschland mit fehlerhaften Impressungen, da gibt's ja die berühmten Impressungsabmahner, ne. Und das ist im Prinzip genau dasselbe, du wusstest es zwar nicht, zahlen darfst du trotzdem. Ja, das ist ja allgemein die Gesetzgebung. Ja, die ändert sich ja auch noch alle drei Wochen, du musst ja auch ständig dich damit befassen, ne. Nein, die allgemeine Gesetzgebung, dass wenn du das nicht weißt, dass du trotzdem genauso straffällig wirst, wenn du nicht weißt, dass die Ampel grün sein muss, macht das auch keinen Unterschied. Das Problem ist ja, dass es wirklich Leute gibt, die spezialisiert darauf sind, genau solche Dinge absichtlich zu finden oder sogar zu provozieren. Es gibt ja auch zum Beispiel die berühmte, ich poste, Ja, Foren abmahne, so geil. Ich poste was auf eine Webseite in den Kommentarteil, ja, mache davon ein Screenshot und nehme das dann zur Abmahnung heran, weil der Betreiber der Webseite sowas auf seiner Seite stehen hat und nicht dagegen vorgeht. Also das ist echt unglaublich. Ja, aber da gab es dann ja die Regelung der verhältnismäßigen Reaktionszeiten. Ja, wobei dann plötzlich schon mal auf den Screenshots dann aus Versehen nicht zu sehen ist, wann das gepostet wurde und welche Uhrzeit und so. Das kann ja natürlich immer passieren, wenn man ein Screenshot dann so croppt und so und aus Versehen dann das Datum und die Uhrzeit wegschneidet und dann geht es wieder um die Beweislastumkehr und, oh, nee. Wir leben mittlerweile in der Bananenrepublik hier. Wieso Beweislastumkehr gibt es meiner Meinung nach bei sowas nicht. Wieso, da muss der Abmahner, der kann es, der Abmahner, hast du schon mal erlebt, dass ein Abmahner was beweisen muss? Wieso? Er sagt, das ist der Fakt, also. Ja, genau, er sagt, Screenshot, zahl mal. So, die meisten Leute werden dann einfach mal. Wenn du auf dem Screenshot der Tatbestand nicht zu erkennen bist, dann ist das kein Fakt. Ja. Ja, es ist immer gut, wenn man einen guten Anwalt im Kreuz hat, wenn man irgendwann sowas ist, weil für alle, für alle, für alle Tricks, die gegen einen verwendet werden können, gibt es auch immer wieder Tricks, die für einen verwendet werden können. Wie in Eve. Denn in Eve ist was passiert, Evo? Nein, wie in Eve. Für jedes Schiff gibt es das Gegenschiff. Ja. So, ähm, ja, das waren so die drei Sachen. Alles andere dauert dann länger. Ups. Ja, müssen wir jetzt, jetzt kommt die Gamer und sagt, hier, die Melodie haben wir erkannt, das war aus. Bitte rausschneiden. Äh, ich hatte noch ein interessantes Thema und damit sollen wir langsam mal zum Ende kommen. Ähm, Tim Schäfer, den kennen die Jüngeren unter euch vielleicht nicht, die Älteren auf jeden Fall. äh, äh, der hat zusammen mit Ron Gilbert seinerzeit zum Beispiel ein wunderbares Spiel wie Monkey Island entwickelt und, ähm, treibt sich derzeit bei der Firma Double Fine herum und hat immer mal wieder so, wie sagt man heutzutage, gedroppt. Also, die Welt mit, äh, wissen lassen, dass es doch ganz cool wäre, wenn man mal wieder so ein Adventure machen wollte, äh, könnte und hat sich damals dann auch wieder mit, mit, äh, eben gesagten Ron Gilbert zusammengetan und die haben auch zusammengearbeitet an anderen Projekten. Das Problem mit Adventuren ist aber, wie er selbst sagt, die funktionieren halt vor 20 Jahren und in Deutschland. Heute noch. Und das war so sein Spruch, den er als erstes rausgehauen hat. Weil wir haben ja zum Beispiel mit King Art Soft einen herausragenden Publisher, äh, Entwickler zum Beispiel für The Book of Unwritten Tales funktioniert hervorragend tolles Spiel. Besonders der erste Teil hat mir gut gefallen. Hat man das jetzt rausgehört, was ich damit sagen wollte? Ähm, vom zweiten Teil war ich in der Tat etwas enttäuscht. Äh, und, ja, er hat gesagt, das Problem ist, es gibt hier keinen, der sowas finanziert. Wir testen da mal was. Der ist dann zu Kickstarter gegangen. Kickstarter ist eine, äh, Plattform, wo Unternehmer mit mehr oder weniger windigen Ideen sagen könnten, hier, wir stellen euch unser Projekt vor, wir brauchen aber Kohle. Ähm, wenn ihr uns jetzt 5 Euro rüberschiebt oder 5 Dollar, dann bekommt ihr eine Serviette und tragt dazu bei, dass das Projekt was wird. Und da hat Tim Schäfer sich gedacht, was die können, kann ich schon lange. Hat sich hingestellt und gesagt, ja, ich bin's, Tim Schäfer, ich will ein neues Adventure-Spiel machen. Äh, das Problem ist, ich brauche 400.000 Dollar. Können wir da was machen, liebe Community? Hat es auf Kickstarter veröffentlicht und es hat, ähm, nach der Veröffentlichung auf Kickstarter, wenn ich das richtig im Kopf habe, 8 Stunden gedauert, bis er die 400.000 Dollar voll hatte. und derzeit ist er bei einem aktuellen Kickstarter-Spendenbetrag von rund 2,4 Millionen Dollar angekommen. Ja, und das ist, zu Iron Sky. das ist, also 68.000, äh, 69.000 Unterstützer bis jetzt, unter anderem der Garderole. Und das, das ist einfach cool. Aber das gibt's auch überall, das war doch sogar bei, ähm, Stromberg, da wollte die, äh, die Fans wollten einen Stromberg-Kinofilm und, äh, die haben einfach gesagt, nee, wir haben dafür kein Geld für einen Kinofilm, aber sollte das irgendwie durch die Fans, durch die Fans zusammenkommen, ähm, machen wir das. Und da waren auch irgendwie zwei Wochen später schon 700.000 Euro da. Wobei die gesagt haben, wir brauchen eine Million noch. Also, insgesamt. Kriegen die Spende eine Version des Spiels umsonst? Teilweise. Es kommt drauf an, was du gespendet hast. Also, wenn du über 20 Euro gespendet hast, Christenspiel. Äh, es gibt, also, es gibt, wenn du 15 Dollar oder mehr spendest, bekommst du eine DM-freie PC, Mac, Linux oder was auch ich, Steam, hast du nicht gesehen, Plattform, Key, äh, Beta-Zugang und alles Mögliche. Für 30 bekommst du noch die HD-Dokumentation des Making-ofs gratis dazu. Für 60 bekommst du das gesamte Game-Design-Sheet, wenn du so willst. Das sind über 100 Seiten mit, mit Notizen und Sachen, die, die halt dann bei der Entwicklung da sich so ansammeln. Debo, wir kennen das, ne? Für 100 Dollar oder mehr bekommst du das Ganze noch in der Special Edition mit Blu-Ray, Dokumentation, Double Fine Adventure, Making-of, hast du nicht gesehen und wirst in den Game-Credits benannt für 250 What, what, what? Ja, ich stand auch schon meine Credits vom Spiel drin, aber das war ein Piranha-Weits-Spiel. Äh, Pledge, äh, Pledge, 250 Dollar oder mehr bekommst du ein großes Poster unterschrieben von Tim Schäfer, Ron Gilbert und allen anderen des Design-Themes und zwar keine, äh, Abdruck-Kopie, sondern, keine Abdruck-Kopie, sondern selbst unterzeichnet. Normalerweise kriegst du ja immer dann so eine, ist einmal durchs Presswerk gelaufen dann, ne? Nein, direkt unterschrieben. Für 500 Dollar, die müssen gute Kugelschreiber haben, für 500 Dollar oder mehr bekommst du, äh, eine Hard-Kopie noch dazu von irgendeinem komischen Buch mit, äh, Originalbildern, Originalfotos, Developer, äh, Entwicklergeschichten, äh, Gamescripts steht hier, dann Insider-Infos, dunkle Secrets, was verworfen wurde, all das, was man also in den Dingen nicht bekommt und das tolle Poster. Für 1000 Dollar oder mehr kommt, ja, für 1000 Dollar oder mehr bekommst du ein Porträt, das von In-Game-Artists, äh, nee, andersrum, ein Porträt äh, von dir, das von den Game-Design-Artist-Malern von dir gemacht wird, für dich erstellt, also privates Porträt, zusätzlich zu dem ganzen anderen Kram, den ich genannt habe, für 5000 Dollar oder mehr bekommst du ein größeres Painting, äh, und, äh, von den ganzen Sachen, die im Spiel auch benutzt wurden, und für 10.000 Dollar oder mehr bekommst du ein Gratis-Essen mit Tim Schäfer, gratis in Anführungszeichen, und Ron Gilbert, eine komplette Tour der Double Fine Studios, und, äh, Geil, hast du auch Statistiken dazu, wer, also, gibt's da die Statistik, wie viele das gemacht haben? Es war eine Zeit lang, waren die unteren Pakete alle ausverkauft, die mussten aber ja irgendwie nachgeschoben werden, äh, wie genau das funktioniert, frag mich nicht, ähm, und, 38.000 Leute haben zum Beispiel das 15-Dollar-Paket genommen, aber, es gibt auch schon zwei Leute, die das 10.000er-Paket genommen haben. Geil, oh, ich liebe diese Welt wieder, das ist doch wieder geil. Es gibt 10 Leute, die das 5.000er-Paket genommen haben. Es gibt 100 Leute, die das 1.000er-Paket genommen haben. 100. Das sind 100.000, mal eben so hin, ne? 36 Mann haben nur das 500, das war wohl nicht so attraktiv, das 500er. Und, also, immerhin 900 Leute haben das 250-Dollar-Ding genommen, ne? 900 Leute. Da habe ich es jetzt aber am meisten an den 15-Euro-Paketen verdient. Catch the big fish. Was mich jetzt ärgert ist, dass meine Argumentation, da hätten sie aber auch Pre-Sale-Copies machen können, nicht mehr funktioniert. Du, ne, weil 22.000 Leute haben zum Beispiel das 30-Dollar-Ding genommen. 22.000. Und so ein Adventure, so ein Adventure verkaufst du ja heute. Ja, aber guck mal, die 22.000 Leute, die sich das 30-Euro-Teil geholt haben, das ist genauso viel wert, wie die 22.000, die sich das 10.000-Euro-Teil geholt haben. Nein, viel mehr. Allein, was meinst du, 38.000 haben für 15.000 gekauft, das sind schon 570.000 oder so. Nice. Ähm, aber was anderes, bei diesem, was ich da als Beispiel eingebracht habe, bei diesem Film, der so finanziert werden sollte, da haben die das, äh, eher als Aktien geregelt. Also du kriegst nachher, ähm, von den Sachen, die der Film einbringt, prozentual dann wieder ausgezahlt. Meinst du, also ich kenne nur, Iron Sky ist das einzige Großprojekt, was ich kenne, was sich über Crowdfunding gemacht hat. Ne, Stromberg sollte das sein, ein Kinofilm von der Serie. Ja, das ist also, wenn das nicht funktioniert, dann wird es zurückerstattet, aber das hier wird natürlich funktionieren. Und, ja, da hat genug Kohle drin. Ja, sie haben jetzt gesagt, jetzt wird es natürlich zusätzlich eine komplette Sprachausgabe geben, es wird komplett für alle Plattformen das Spiel geben, ursprünglich war nur PC geplant, äh, es wird mehr Game-Inhalte geben, es wird, ne, also er sagt jetzt nicht, ja, wir haben jetzt genug Geld oder so, sondern er sagt, ja, okay, wir liefern mehr, ne. Und was ich jetzt die eigentliche Botschaft finde und was ich so toll finde, ist, Tim Schäfer hat es hiermit endgültig mal geschafft, diesen dämlichen Theoretikern bei den Publishern mal so dermaßen den blanken Hintern ins Gesicht zu halten, das ist einfach nur geil. Ja, der finanziert sich jetzt einfach mal sein eigenes Spiel, macht das, wird einen Riesenerfolg damit haben, weil, äh, wenn man das, es ist ja jetzt schon, 40.000, 50.000, 60.000, 80.000, 68.000 mal verkauft, wenn man es so sieht, ja, am Release-Tag, also schon mal 68.000 am Plus, plus die ganze Propaganda, die rumläuft, also das ist schon genial. Was er dazu selber sagt, Hallo Backers of Adventure, I am Tim Schafer from Double Fine and we all wanted to thank you on behalf of all Double Fine and two-player productions for your backing of this great, what's gonna be amazing project to make an old school point-and-click graphic adventure using your generous backing. So, ähm, ja, übrigens, wenn ich den sehe, habe ich immer Angst, irgendwie. Aber maybe that's just me. Ähm, wo wollen wir? Äh, ich habe nur diese letzten Infos hier, da, News verteilt. Ja, und dann sind wir kurz zu diesem Finanzierungsmodell übergegangen. Wobei, äh, ein interessantes Jubiläum in diesem Jahr auch noch ist, nämlich ein Spiel, das 25 Jahre alt wird, Maniac Mansion. Wer hat's gespielt? Ich, aber nur so halb. Das hatten immer nur andere und ich durfte zugucken und fand's lustig. Das, das gab's sogar als Neuauflage oder gibt's das als Neuauflage jetzt kürzlich wieder? Gab's das nicht sogar unter The Day of the Tentacle? Konnte man doch an so einen Computer gehen und Maniac Mansion spielen. Ah, das kann auch sein. Ich, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ah, das ist schon cool. Diese richtig schönen alten Spiele. Benutze Peitsche mit Sonja. Ich glaub, das würden sie nicht mögen. Ah, das ist immer so geil. Du konntest doch auch dann, in The Day of the Tentacle 2 war, das war so für mich das coolste. Das war ja wirklich, äh, benutze knusprig, goldgelb gebackene Hamster mit Mikro, nee, mit irgendwas und da musst du in die Mikrowelle tun, den Hamster und keine Ahnung. Das war so mit Zeitreisen. Du musstest dann durch eine Klo spülen. Das war echt cool. Ähm, geile Erinnerungen, geile Erinnerungen. Ja, ja, mit diesen geilen Erinnerungen kommen wir zu einem weiteren tollen Segment dieser Show, nämlich, äh, dem hier. Nee. Nein. You have a mail message. Ja, wir haben eine Mail bekommen, nicht nur eine, sondern viele Kommentare. Touché, Debo, du hast im letzten Podcast die Dreißigkeit besessen, unsere Hörer ähm, nicht mit unter die Dusche zu nehmen. Das wurde dir äußerst kritisch angekreidet, unter anderem von unserem, äh, geschätzten Zuhörer, dessen, äh, wer war das, Lunes, glaube ich, ne? Debo, verteidige dich. Was war denn da los? Möchtest du das nochmal allen Leuten mitteilen, die jetzt dachten, äh, so kennen wir den Debo doch gar nicht? Ach, ich weiß nicht, das ist schon so lange her, da habe ich ja auch im Forum, als es aktuell war, was zugeschrieben. War er nicht am Sterben wegen Sachen tragen? Ja, das war so ein bisschen blöd. Das war schon eine relativ harte Arbeit, dieser Podcast, so. Aber, ähm, da spielt dann viel mit rein, wenn das, was wir schon jetzt öfter gesagt haben, diese Folge war ja wieder anders, aber bei Folgen, die wir oft verschoben haben, wo dann die Hauptthemen der Folge, äh, nicht mehr so wirklich aktuell sind oder es nicht mehr so wirklich Spaß macht, darüber zu reden, die können sich manchmal ganz schön hinziehen und wenn dann noch sowas anderes dazukommt, wie das jetzt mit dem Umzug vorher, dann kam da sowas bei raus halt. Aber das habe ich ja direkt beantwortet. Kam ja auch eine Gegenantwort schon, so. Ich finde das nicht mehr so aktuell. Hm. Viele Mails haben uns auch mit, Vorschlägen, ähm, erreicht, was wir mal spielen sollen oder was, äh, was ich mal Let's Playen oder Garda testen soll und, äh, ja, das seid euch wie immer sicher, dass wir das aufgenommen haben, unter anderem, äh, der neue Titel mit der, äh, Dingens, mit der, ähm, Half-Life 2 Engine, dessen Name mir gerade, Dear Irgendwas. Also ich... Dear Hunter? Nein, nein, nein. Dear und dann irgendeinen Frauennamen oder so. Ach, ist das schlimm, wenn ich das immer, ach, das ist so schrecklich, wenn ich nicht, wenn ich mir solche Sachen nicht aufschreibe. Ich denke dann immer, du denkst ja eh dran, wie es heißt und jetzt sitze ich hier und mir fällt es wieder nicht ein. Auf jeden Fall ein Zwei-Stunden-Spiel, äh, werde ich spielen, werde ich auf jeden Fall machen, ist versprochen, lieber Florian. Ähm, ja, wir hatten zum ersten Mal eine Let's-Play-Serie auf YouTube und zwar neun Teile, ein abendfüllender Film, wenn ihr einfach nur die Playlist abspielen lasst. Wir haben uns in Minecraft angeschaut, eine Adventure-Map und die hieß, äh, Gondolin heißt das. Nächstes Mal fass du die Mails. The Fall of Gondolin. Bitte? Die nächsten Mails gehen an dich. Ja, genau. Ich wüsste halt alles. Okay, ja. Garda, du könntest dir noch so einen Einspieler besorgen, der sich so anhört, als wenn in der Wüste diese Strohballen so vorbeirollen. Nein, nein, eine Grille, die wird schon tun. Für so Pausen. Eine Grille, die wird schon tun. Ja, aber ihr habt ja auch, ihr seid ja auch ab und zu auf unserem Server aktiv und seht ja, da sind viele nette Leute und, äh, da steckt ja auch schon einiges drin an Zeit und, und Liebe das aufzubauen und, äh, ja, ich finde es einfach toll, immer wieder zu sehen, was, auf was für Ideen die Leute kommen, was die da aufbauen. Da werde ich auch einiges noch zu zeigen haben in den nächsten, ähm, YouTube-Shows auf unserem Kanal. Bei YouTube suchen nach Garderole. Ähm, wenn ihr uns auch Feedback schicken wollt, ohne Fragen zu euren Minecraft-Servern, denn die sind ausgeschlossen, dann könnt ihr das, wie immer tun, eine Mail an garderole, garderole at mmoinfos.de garderole at mmoinfos.de Ihr könnt uns anrufen. Das hat natürlich, traut sich keiner, weil ihr alle Feiglinge seid. Ich sage euch trotzdem meine Nummer, es ist die 0 29 73 81 81 75 Ich wiederhole noch einmal die 0 29 73 81 81 75 und du, wenn du kein Feigling bist, ja du, nein, nein, genau du, der gerade uns in seinem Kopf hört, in seinem Kopf hört, jetzt mal kurz auf Pause drücken, dein iPhone oder was auch immer für ein Gerät du hast, anrufen, deine Meinung sagen zu dem, was wir heute vor uns gegeben haben. 0 29 73 81 81 75 Ähm, dann kommen wir noch zu den Kannst du bitte den Nerver von Gala darauf anrufen und ihn zuranden? Also genau, das wäre mal cool, aber der ist ja noch sehr jung, ich glaube nicht, dass er sich das traut. Ähm, egal, trotzdem machen. Dann haben wir noch ein paar Einkaufstipps, wie jedes Mal, und zwar dieses Mal im Deal der Woche auf Amazon.de findet ihr den Fußballmanager 12, den habe ich euch in einem Video in meiner YouTube-Show vorgestellt, und zwar als Jahres-Endspecial des Jahres 2011. Das heißt, ihr könnt euch erst das Video anschauen, da werden ein paar besondere Spieler und Weggefährten auf mmoinfos.de in einem Community-Match antreten gegen, äh, was war es, Real Madrid, glaube ich. Könnt ihr euch anschauen, zwei Videos, wunderbar. Da stelle ich euch den Fußballmanager 12 vor, und den gibt es derzeit auf Amazon.de, Link ist in den Shownotes, als Werbelink, Affiliate-Link, für und natürlich nicht vergessen, Mass-Effekt, liebe Leute. Wenn ihr es schon vorbestellt habt, soll es auch Leute geben, die sagen, Gada, was ist denn, Gada, ich habe das schon vorbestellt, was ist denn, wenn ich das wieder abbestelle und dann nochmal über einen Link auf deiner Seite bestelle? Und dann, äh, kann ich denen nur antworten, ja, das funktioniert. Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr über unsere Seite vorbestellen, entweder ist es direkt da zu sehen, oder ihr klickt einfach eines der bunten Bildchen an, und dadurch landet ihr auf Amazon, könnt dann alles, was ihr wollt, in den Warenkorb legen, und wir bekommen einen kleinen Obolus. Auch dieses eine Werbehinweis, den ich entsprechend bekennzeichnet haben, möchte, wissen, wollen, würde. Ja, haben wir irgendwas Wesentliches vergessen, oder können wir zum Schluss kommen? Können, glaube ich, zum Schluss kommen. Gut, dann haben wir noch was über. Haben wir für, genau, für in zwei Wochen noch was über, wenn wir da dran denken. können. Ja, das war die 48. Ausgabe von Garderolds Podcast, der sich wie immer über Feedback freut, auf unserer Seite, auf den Podcastseiten, Sternchen geben bei iTunes, Mail schreiben, anrufen, und die letzten Worte von Mo. Spielt mehr Eve. Mehr Eve spielen. Wir haben auch ein paar neue Leute in unserer Korb, der MMO-Infos.de-Korb. Da bitte Mo, wenn unter Demo. Ja, bis zum nächsten Mal, reicht mir heute. Ja, heute hat der Demo wenigstens durchgehalten, würde ich sagen. Ich sage auch auf Wiedersehen, schaut mal die YouTube-Videos an, bald kommt eine neue Glosse, irgendwann in ein paar Wochen wieder ein neuer Podcast. Das Forum freut sich über eure Beteiligung, und bis dahin sage ich, zusammen mit den beiden anderen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wollen wir eben im Nachklang noch irgendwas machen? Achso, genau, ich wollte noch von mir geben, also eigentlich, kommt jetzt der Mond in das Bild? Der Mond? Was für ein Mond? Der Mond, den ich dir geschickt habe. Hä? Nicht Mo, Mond. Bild, Foto, Das gucke ich mir gleich an. Also ich drücke jetzt mal auf Stop. Ja.